Ja, herzlich willkommen zu unserer heutigen Business-Presentation. Ich habe jetzt extra bewusst noch gewartet, weil ein paar haben hier ein bisschen Einwahlschwierigkeiten gehabt. Deswegen habe ich jetzt einfach gedacht, komm, die zwei Minuten gehen wir denen noch. Aber ich bin damit trotz allem begeistert, weil wenn man da rausschaut, naja, wir haben mal wieder das beste Wetter. Aber gut, das ist, glaube ich, für die, die dabei sind, seit längerem bekannt, wenn man die Organisation Löwenstein Seminare macht. Diesmal sind es natürlich zum Webinar, aber wir hätten ja heute normalerweise in Reutlingen Live-Seminar gehabt. Und ja, mal wieder das beste Wetter. Aber ich sehe es ja immer positiv, sie meinen, die Engel reisen, würde ich jetzt sagen. Aber jetzt würde ich sagen, ja, es ist nicht unbedingt ein Nachteil. Natürlich hätte ich euch gerne alle live gesehen. Das ist für mich immer das Allerschönste, mal euch wirklich zu erleben. Aber natürlich auf der anderen Seite sehe ich es wieder positiv, weil es heute so viele dabei sind, die eben vielleicht nicht nach Reutlingen hätten kommen können, weil sie einfach in Hamburg leben. Und somit umso schöner, dass wir natürlich dank der Technik die Möglichkeit haben, uns eben heute hier zu treffen. Und deshalb, ja, ich hoffe sehr, dass ich trotz allem meine Positivität, meine positive Energie, meine Begeisterung und vor allem natürlich, ja, einfach das, was ich heute rüberbringen möchte, auch rüberbringen. Ich hoffe auch sehr kurzweilig, aber natürlich möchte ich es heute schon etwas ausführlicher machen als natürlich in der kurzen Form. Und ich hoffe sehr, dass ihr alle gut drauf seid. Alle gut gelaunt. Ich muss einfach nur nach den Fingern schauen. Ich habe jetzt extra stumm geschaltet, weil sonst, glaube ich, hätte man ein Problem wieder, weil dann irgendwie welche Sounds wieder kommen würden. Ja, und ich begrüße natürlich jetzt mal alle Partner. Ich sehe hier einige Namen, die ich natürlich kenne. Sehr schön, dass ihr wieder dabei seid und, ja, auch wieder offen seid, etwas zu lernen. Und natürlich vor allem begrüße ich, ja, neue Interessenten, neue Partner, aber hoffentlich auch einige Interessenten, die vielleicht heute zum allerersten Mal dabei sind. Und, ja, wie gesagt, ich freue mich sehr und, ja, bin gespannt, was am Schluss noch an Fragen offen sein werden, wie auch am Anfang jetzt Sie schon gesehen haben. Am besten jetzt wirklich alles zur Seite schieben, weil es wäre schade, wenn man jetzt wirklich sich nicht konzentrieren könnte und dann wäre die nächsten anderthalb Stunden vielleicht wirklich viel umsonst. Am besten Handys ausmachen oder lautlos stellen und wirklich volle Konzentration. Vielleicht haben Sie was zum Schreiben. Und wenn Sie Fragen haben, wie bereits auch schon erwähnt, bitte am Schluss, weil dann, wenn jeder im Chat was schreibt, das stört dann, weil ich weiß, dann liest jeder mit und dann wird das einfach nur noch stören. Deshalb wäre echt klasse, dass es funktioniert. Ja, für die Neuen natürlich, aber auch für die Alten, zum x-malsten Wiederholung, natürlich stelle ich mich kurz vor, bevor ich loslege. Mein Name, klar, bekannt, Helena Löwenstein, 43 Jahre jung, ja, verheiratet, wie wahrscheinlich viele von Ihnen hier drin. Und, ja, glücklich verheiratet, ist ganz wichtig. Mein Mann ist natürlich auch voll dabei. Ich meine, ich erzähle es ja immer wieder, ich mache das Ganze natürlich 100 Prozent aktiv. Mein Mann halt 100 Prozent passiv, aber steht 100 Prozent hinter mir. Und das ist natürlich ganz, ganz wichtig, schon mal hier für die ganz Neuen. Das ist die Grundvoraussetzung, um hier erfolgreich zu werden, weil das ist ein Familienbusiness. Das ist einfach so. Und wenn Sie natürlich die zweite Hälfte jetzt vielleicht nicht dabei haben vor dem Bildschirm, das ist natürlich schwierig, dann nachher zu überzeugen. Das heißt, wir müssen diese zweite Hälfte, egal männlich oder weiblich, ins Boot bekommen, weil sonst, wenn Sie es nicht schaffen, dann werden Sie es einfach nicht packen. Das kann ich Ihnen jetzt schon sagen. Das ist so wichtig, dass Sie das miteinander mitziehen, wie die Aufgabe verteilt ist. Ist völlig egal. Wie gesagt, mein Mann hält mir den Rücken frei und ich kann mich dann eben voll auf das Business konzentrieren. Wir haben auch zwei Kinder, mittlerweile auch schon wieder 15 Jahre, meine Güte, wenn die Zeit vergeht. Und zwölf Jahre, auch die sind natürlich da irgendwo mittendrin. Also die haben viel mitbekommen, mitgelernet und sind die besten Verkäufer momentan bei mir. Also die reden einfach und überlegen nicht. Deswegen sage ich ja immer meinen Partnern, ihr müsst wieder Kinder werden. Einfach mal machen. Einfach mal machen. Nicht denken, machen. Und das ist das Geheimnis meines Erfolges gewesen, weil ich wirklich immer getan habe und ich überlegt habe. Und letztendlich geht es ja jetzt auch hier in unserem heutigen Seminar auch darum, einfach zu sagen, come on, wenn es mir gefallen hat, dann gebe ich einfach mal Gas und tue einfach mal was. Und ja, natürlich ist es ein besonderes Bild, wissen Sie wahrscheinlich auch schon längst. Ich meine, das ist einfach heute unser Leben. Natürlich leben wir dieses Leben, wo vielleicht viele da draußen nicht haben, wovon viele träumen. Und ja, deshalb möchte ich ja heute darüber reden, wie man einfach auch dahin kommen kann. Natürlich habe ich das diesem Business-Konzept zu verdanken, weil ich einfach Gott sei Dank damals die Chance erkannt habe und einfach mal umgesetzt habe. Und ja, deshalb haben wir heute Gott sei Dank, auch dank der Pandemie, auch trotz der Pandemie, haben wir unser Einkommen, haben wir unseren Standard halten können. Und das ist so wichtig, denke ich mal, dass man einfach mal, ja, das Leben lebt, was man leben möchte und nicht, was die anderen von einem wollen. Und darum geht es letztendlich. Und genau, das war mal, das ist heute. Aber natürlich, klar, ich bin auch nicht geboren hier als eine Networkerin, sondern ich komme auch ganz normal aus ganz normalen Verhältnissen. Ich bin eigentlich gar nicht aus dem Vertrieb, vielleicht auch zur Beruhigung von vielen von Ihnen hier drin, sondern ich bin auch Beamtin eigentlich. Also viele lachen ja dann immer im Seminar, sagen Gott, passt ja gar nicht zusammen. Ja, passt wirklich nicht zusammen. Also es war total, damals ja unerwartet. Ich bin ja eben wirklich, wäre dumm ein Zufall, aber man sagt ja so schön Zufall, die gibt es nicht. Ich bin ja eines Tages eben, 99 war es ganz genau, in einem McDonalds auf einer Damentoilette von einer wildfremden Dame auf unser Konzept Network Marketing angesprochen worden. Und glauben Sie mir, hätte sie damals mir diese Geschichte erzählt, ich glaube, die hätte ich echt zum Arzt geschickt, weil ich hätte das niemals für wahrhaben können. Weil zu dem damaligen Zeitpunkt, ich war 21 Jahre jung, hatte zumindest zum damaligen Zeitpunkt, eigentlich hatte ich das, was ich wollte, hatte ein schönes Leben, hatte einen tollen Job, hatte einen tollen Nebenjob. Und deshalb natürlich auf Anhieb habe ich das gar nicht so wirklich realisiert, was die mir eigentlich bietet. Und erst, wo ich so ein Seminar oder wie jetziges Webinar besucht habe, erst dann hat es bei mir Klick gemacht. Und das ist so wichtig, deshalb diese Business-Präsentation echt wirklich zu besuchen, weil ich glaube, erst dann kapiert man eigentlich, was ist überhaupt Network Marketing. Und seit damaligem Moment, ich weiß nicht genau, welches Datum, das war irgendwann mal 99, März, April, ja, laufe ich amok, sage ich mal, habe ich das Ganze wirklich verinnerlicht. Ich habe das wirklich einfach mal, ich habe mich in diese Business-Branche verliebt und eben jetzt schon seit 21 Jahren bin ich da tätig. Also die ersten sieben Jahre habe ich das Ganze nebenberuflich aufgebaut. Und erst, wo ich dann eben Mama geworden bin, habe ich gesagt, alles klar, dann werde ich eh zu Hause bleiben müssen, wollen. Und dann kann ich mich natürlich komplett darauf fokussieren. Ja, von 21 Jahren war ich ja 17 Jahre in einem Unternehmen tätig. Das ist kein Geheimnis beim Unternehmen namens LR. Ja, habe viel gelernt, war alles super. Und ja, wie Sie sehen, habe da über 90.000 Vertriebspartner aufgebaut. Also ich habe wirklich vielen Menschen verhelfen können, auch ihr Leben zu verändern, auch einfach stärker zu werden, selbstbewusster zu werden, Geschichten zu schreiben. Und das ist das, was mich so motiviert in diesem Business, warum ich immer noch so aktiv bin, weil ich wirklich Menschen helfen möchte, wirklich ihr Leben zu verändern mit meinem Know-how, mit dem, was ich in 21 Jahren gelernt habe. Das möchte ich euch weitergeben, weil wie man sieht, funktioniert das Ganze. Ich habe das Ganze sogar in 18 Ländern aufgebaut. Das ist das Geniale im Networking oder in unserem Konzept, in unserem Unternehmen. Wir haben keine Grenzen, wir haben keinen Gebietsschutz. Und ja, mein höchster Jahresumsatz war wirklich 12 Millionen Euro. Ich meine, da denken manche, oh Gott, wie ist das möglich? Mama mit zwei kleinen Kindern, von zu Hause aus kein Büro, gar nichts. Also wirklich hier mein kleines Büro, hier neun Quadratmeter, das ist alles. Und trotz allem, ja, bin ich Millionärin geworden und das ist schon verrückt. Und das ist genau das, zwar verrückt, aber wahr. Und das ist genau das, was ich ja immer weitergeben möchte, dass es wirklich kein Märchen gibt, sondern Tatsachen sind und dass ihr das auch könnt, weil wenn ich es kann, kann es jeder. Ja, irgendwann mal war das aber leider so, dass es ja einen Unternehmenwechsel oder einen damaligen Unternehmenwechsel gab von den Oberen und da war einfach alles nicht so, wie es halt ich mir so vorgestellt habe. Und dann war ich Gott froh und dankbar, wurde natürlich Herr Ilhan Dogan, auch er war ja bei meinem alten Unternehmen und dort war übrigens der Beste und auch er war unzufrieden am Schluss und ist auch gegangen und dann waren wir Gott, glaube ich, alle froh, dass er dann eben 2017 zurückkam und zwar nicht mit irgendeinem Unternehmen im Bereich Coaching, sondern wirklich Entscheidungen getroffen hat. Er startet auch ein Network-Unternehmen und zwar sein eigenes namens Fairway. Und das war für mich wie eine Erlösung, das können Sie sich gar nicht vorstellen. Meine Entscheidung fiel in Sekunden. In Sekunden habe ich über 90.000 Partner gekündigt. Ich habe mein fünfstelliges Einkommen aufgegeben, aber egal, ich hatte ein tolles Bauchgefühl und ich wollte einfach zu ihm. Ich wollte dahin und ich habe wirklich die Entscheidung getroffen und das ist für euch das lebende Beispiel. Einfach mal ein bisschen Zuversicht, Mut und wirklich, ich habe mir gesagt, okay, du hast einmal aufgebaut, du schaffst es wieder. Natürlich, natürlich sind mir Menschen gefolgt. Deswegen auch da bitte nicht verrückt machen. Oh Gott, sie hat es im halben Jahr geschafft zum Präsidenten. Ich bin ein halbes Jahr dabei und bin vielleicht gerade mal bei Prozent X. Natürlich wäre es ja auch schlimm, wenn ich alleine gestartet wäre. Natürlich sind mir Menschen gefolgt. Natürlich waren die auch unzufrieden. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, so verrücktes Unternehmen habe ich in keinem Leben mehr bis jetzt getroffen gehabt, weil ich auch von vielen anderen ja immer wieder mitbekomme, was da so abgeht bei den anderen. Und das ist schon wirklich crazy, im halben Jahr wirklich Präsidentin zu werden oder Silberpräsidentin. Das heißt, es sind Stufen, die hatte ich im damaligen Unternehmen nicht erreicht. Also damals war ich Vizepräsidentin geworden. Das war natürlich auch schon eine Megastufe, aber hier habe ich ja echt alle Rekorde geschlagen. Und das natürlich dank meinem Team, dank euch, ganz klar, sind viele dabei heute, die von Anfang an vertraut haben und mitgemacht haben. Und das ist das, was ich heute erzählen möchte. Wie kann man das hinbekommen? Wie geht das? Und ja, deswegen mein ganzes, mein ganzes Know-how heute an Sie. Weil ich glaube, warum viele Menschen, warum auch ich nach wie vor natürlich hier eben Vollgas gebe und warum Sie ja auch irgendwie heute bei dem tollen Wetter sich das jetzt antun. Man setzt sich jetzt in den Raum rein und hört jetzt einfach mal hier zu. Ja, man einfach Ziele, Wünsche hat, Veränderungen möchte. Und ich glaube, wenn ich jetzt jeden hier live sehen würde vor mir und fragen würde, dann werden Sie mir alle recht geben, weil egal, was es ist, es hat immer mit dem Wörtchen Lifestyle zu tun. Stimmt's? Weil Lifestyle ist immer das A und O. Lifestyle kann natürlich für einen Gesundheit sein. Für den anderen ist es ein Haus, Auto. Ich meine, jeder hat jetzt mit Sicherheit so spontan ein Bild im Kopf gehabt. Und wenn wir es zusammenfassen, und das ist das Wichtigste, egal, was es ist, geben Sie mir recht, dass Lifestyle immer mit einmal Geld zu tun hat. Stimmt's? Das ist einfach so, weil einfach mal, ja, Geld regiert die Welt. Ich meine, Geld ist nicht alles, natürlich, aber ohne Geld ist auch vieles nichts. Und deshalb, Lifestyle bedeutet, Geld zu haben, aber alleine Geld macht nicht glücklich, wie gesagt, aus eigener Erfahrung, wenn Sie die zweite Komponente nicht haben, und das ist die Zeit. Und das ist unser großes Problem da draußen, dass es viele Menschen da draußen gibt, die haben vielleicht sehr viel Geld, die sind total erfolgreich, ich habe so viele Millionäre kennengelernt, und war total fast schockiert, weil die unzufrieden waren. Und ich denke, ja, warum denn das? Die haben doch so viel Geld, die können sich doch alles leisten. Ja, und dann haben wir uns ein bisschen unterhalten, und dann stellt man fest, ja, wir sind einfach auch gefangen, das heißt, es ist ein Hamsterrad, weil die ständig funktionieren müssen, Manager sind, on-stop unterwegs sind, leisten müssen, 70, 80 Stunden arbeiten, das heißt, sie haben gar keine Zeit, eben dieses Einkommen zu genießen, sehen ihre Familie nicht, ihre Kinder nicht, und dann natürlich hat das Ganze ja auch keinen Sinn. Und dann geht es wieder die andere Seite, Menschen, die haben vielleicht ein geregeltes Einkommen, oder geregelt einen Job, verdienen halt ihr plus minus 2.000 im Schnitt, aber, ja, zu wenig, um einfach natürlich die Zeit sinnvoll zu nutzen, mehrmals, zweimal in Urlaub zu fahren, oder sonst noch was sich zu leisten, und das ist das Problem, woran es eigentlich, um was es eigentlich geht. Und es gibt keine Branche der Welt, ich habe sie bis jetzt nicht kennenlernen dürfen, wo es möglich ist, beides zu haben. Und das ist wirklich in meinen Augen, Network Marketing ist die schnellstwachsende, momentan wirklich am interessantesten Branche der Welt, wo man wirklich beides wirklich haben kann. So, und vor Ihnen sitzt jetzt ein Beispiel, lebendes Beispiel, das ja auch vorgelebt hat. Und die meisten Menschen, da geben Sie mir recht, wünschen sich von beiden mehr. Und deshalb, ganz wirklich, jetzt immer mehr, und jeden Tag, und wirklich immer wichtiger wird, dieser Wirtschaftszweig Network Marketing. Viele wissen gar nicht mal, bis heute sogar noch nicht mal, was das heißt. Ich meine, viele kennen Direktvertrieb, aber Direktvertrieb ist ja nicht gleich Network Marketing, sondern Network Marketing ist ja quasi ein Abzweig vom Direktvertrieb. Und ich war, wie gesagt, Gott froh und dankbar, dass Herr Dogen auch Entscheidungen getroffen hat, wirklich das Ganze im Network Marketing Bereich aufzubauen. Sie sehen hier die Zahlen, Wahnsinn, und das haben wir schon vor zehn Jahren gesagt, das wird die Chance der Chancen geben, die wirklich Network Marketing wird boomen. Und ich meine, jetzt sind wir genau in der Situation, ja, dank der Pandemie wird das Ganze natürlich noch viel, viel, viel schneller wachsen. Und viel, viel, viele Menschen wirklich werfen darauf einen Blick, weil sie wirklich merken, Mensch, da ist doch was, was ich eben von zu Hause aus machen kann. Deshalb Homeoffice war ja für uns schon seit E&E Normalität. Früher hat man über uns gelacht. Ja, heute sitzt jeder in Homeoffice und muss gucken, wie er klarkommt. Nur der Unterschied ist natürlich, dass viele gar nicht von zu Hause aus arbeiten können. Ich meine, jetzt ein bestes Beispiel wieder unser Light Lockdown. Ja, eine Kosmetikerin kann keine Behandlung machen über PC. Wir können heute reden, wir können verkaufen, wir können uns schulen, wir können motivieren. Alles geht über Netz oder über unsere Social Media, über im Internet. Und das ist genial. Und Network Marketing, wenn Sie es mal kurz erklären wollen, ist nichts anderes als Impedance Marketing. Das heißt, die beste Werbung war schon immer Mund-zu-Mund-Propaganda. Richtig? Das heißt, die beste und die kostenloseste. Und das ist genau das, was wir machen. Das heißt, hier geht es wirklich nur darum, selber was kennenzulernen. Wenn man sich davon überzeugt hat, dann einfach in die ganze Welt versauen, mit einem riesen Unterschied zu sonst, dass wir dafür bezahlt werden. Und das ist das, was Sie den Menschen klar machen müssen. Jedes Unternehmen, jedes Business hat ein Werbebudget. Und die meisten natürlich geben das in die Werbung. Logisch, weil irgendwie muss man ja bekannt werden. Irgendwie muss man ja promoten. Und ja, meistens wirklich für die Katz, sage ich mal, weil letztendlich dann die Kunden dann die Werbeträger sind. Aber für die bleibt ja nichts mehr übrig, weil Werbebudget ist eher ausgeschöpft für die Werbung. Und was macht Network Marketing? Die sparen sich dieses Werbebudget und gehen nicht in die Werbung, sondern die sagen, weißt du was, wenn das schon eh der Mensch macht und tut, warum sollen wir dann nicht ihm das geben? Und das finde ich fair und wirklich legitim und nicht wie die meisten heute ja noch daraus besaunen, es ist ein Schneeballsystem, es ist illegal, es ist ein Sektor, weil Sie werden da so viele Wörter hören. Bitte, 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 wirklich, jetzt haben Sie es echt hoffentlich gehört und auch hoffentlich verstanden, dass es wirklich eine reelle Chance ist, eine Mega-Chance ist, total, total, total on time. Und ja, wie gesagt, in den nächsten Monaten, während den Jahren, werden Sie es so richtig spüren. Und ich meine, ich will Sie jetzt damit nicht erschrecken, das kommt von meinen ganz, ganz berühmten Journalisten, ich meine, das ist die pure Realität, wer jetzt nicht handelt, wer jetzt nicht auf diesen Zug aufspringt, ganz ehrlich, spätestens nächstes Jahr kommt die Wahrheit ans Licht und Sie werden wirklich sehen, wie viele Unternehmen pleite gehen werden, wie viele Menschen den Job verlieren werden, es ist einfach Fakt. Nur, es bringt ja nichts, den Kopf in den Sand zu stecken und zu jammern, das ist ja die eine Seite, was die Masse macht, sondern jetzt schon zu reagieren und sagen, okay, wo gibt es Alternativen? Und eine dieser Alternativen ist jetzt hier, nämlich unser Konzept Fairway. Und darum geht es heute, damit Sie nicht zu lange warten, weil keiner kann da draußen behaupten, mein Job ist sicher. Ja, und deshalb möchte ich gerne jetzt heute das Unternehmen Fairway vorstellen, natürlich unseren Founder, kurz vorstellen, Ilhan Dogan, wie gesagt, ich kenne ihn seit jetzt knapp schon fast 22, im Januar, wenn es 22 Jahre, da ja auch das Vertrauen zu ihm, weil ich wirklich immer als einen fairen, wirklich ehrlichen Menschen kennengelernt habe und deshalb vertraute ich da vorher total blind, ohne sogar zu wissen, was für Produkte er bringen wird. Und ich habe mich nicht geirrt. Also, er ist praktisch Firmengründer vom Fairway, er ist Gründer einer Motivationsschule, da kommen die nächsten Monate noch viel, viel mehr. Er ist natürlich seit jetzt fast mittlerweile 30 Jahren an der Spitze von Network Marketing, er hat ja wirklich schon über eine Milliarde Umsatz generiert, international aktiv in über 20 Ländern gewesen oder ist er, mehr als eine Million Vertriebspartner aufgebaut. Ich meine, das ist ja schon Wahnsinn. Nicht umsonst sagen viele immer, der Mensch kann hell sehen. Ja, das kann er. Wenn er sie sehen würde, in zwei Minuten hat er sie analysiert. Das ist unglaublich. Aber natürlich, klar, weil er so viele Menschen ja schon eben schulen durfte. Internationaler Top-Trainer, Motivator, Coach, Buchautor mittlerweile auch, hat wirklich tolle Bücher geschrieben und über 5 Millionen Menschen geschuldet. Das ist wirklich mega und das ist, was mir so gefällt, das ist einer, der nicht nur Unternehmer mal war, sondern er kennt unsere Seite. Sprich, er ist jetzt von der Seite, wo wir jetzt sind, gewechselt auf die andere Seite. Das heißt, er weiß, wie wir fühlen, wie wir ticken, was wir brauchen. Und das ist ein Riesenvorteil. Bis jetzt gab es kein Unternehmen, wo ich kenne, wo einer wirklich nach 30 Jahren voller Erfahrung hier neu startet mit seinem eigenen Unternehmen und uns eben das weiter zurückgibt. Deswegen, wirklich, seien Sie oder schätzen Sie sich glücklich, dass wir diese Chance jetzt kennenlernen dürfen. Weil ich bin damals einmal angesprochen worden im McDonald's 99 und ich bin super aktiv, auch früher schon. Ich bin ja bekannt für Fremdkontakte. Ich habe ja wirklich draußen jeden angesprochen, der wirklich an mir vorbeigelaufen ist und mich hat keine zweite Person mehr in den 21 Jahren noch einmal auf dieses Konzept angesprochen. Ein einziges Mal. Überlegen Sie mal, hätte ich damals Nein gesagt. Boah, schuldig, was mich jetzt heute noch. Deshalb bitte, bitte, seien Sie glücklich, nutzen Sie es, probieren Sie es und erst, wenn Sie es probiert haben, können Sie immer nachher sagen, okay, hat es sich gelohnt, mache ich weiter oder werde ich damit aufhören. Aber nicht eben vorher vielleicht die Chance wegwerfen. Ja, Fairway-Start war eigentlich schon 2017, November. Das heißt, wir sind jetzt genau drei Jahre auf dem Markt und ich glaube, was in drei Jahren wir alles auf die Beine gestellt haben, ist wirklich sensationell. Momentan sind wir auch schon in neun Ländern mit den kompletten Bereichen vertreten. Das ist Deutschland, Frankreich, Griechenland, Bulgarien, Österreich, Spanien und jetzt seit 1. November die Benelux-Länder, also Belgien, Niederlande und Luxemburg. Und ich meine, wenn Sie mal zusammen addieren wollen nachher, schauen Sie mal, wie viele Millionen Menschen da sind. Also Arbeit wird uns niemals ausgehen. Und wie gesagt, das Geniale, ob Lockdown, ob kein Lockdown, es hindert uns nicht an der Arbeit, weil wir vieles eben online machen können. Dazu kommt das Franchise-Konzept, sprich, wenn jemand zum Beispiel sagt, Mensch, ich habe aber Kontakte nach Indien oder nach Amerika oder weiß Gott wohin und der möchte dort Fairway eröffnen, auch das ist bei uns dank dem Franchise-Konzept möglich. So, dann natürlich die Milliarden-Märkte. Das heißt, auch da war ja natürlich wichtig, welche Märkte sind doch interessant für Network-Marketing. Und das sind wirklich Märkte, die ja jedes Jahr steigen, die sind riesengroß, wirklich milliardengroß. Einmal natürlich Zukunftsmusik kommt erst nächstes Jahr ganz verstärkt, ist natürlich die Clean Energy, was aber ein Zwischenprodukt sein wird, komme ich nachher noch kurz dazu, das ist natürlich unser Multifunktionsgerät, was ja jetzt auch demnächst an den Start geht und dann natürlich die Blockbuster, klar, unser Fairway.dex, Fitness, Schönheit, Gesundheit, ich meine, da sind Märkte, egal wie die Zeiten werden, aber das wird niemals unwichtig werden, ganz im Gegenteil. Und das Geniale ist einfach bei Fairway, egal in welchem Bereich sie sich fokussieren, alle Bereiche werden oder sind vereint in einem Businessplan und das ist echt mega. Das kann sein, dass sie vielleicht mit Fitness starten, weil sie vielleicht ein Fitnessstudio haben oder einfach Menschen, wo wirklich da mehr sich reingehen möchte, kann aber passieren, dass sie zwar da starten, aber Menschen gewinnen, die sagen, okay, Fitness ist zwar schön und recht, aber ich habe Bock, mit Aloe Vera Produkten zu arbeiten oder mit Schönheitsprodukten zu arbeiten, weil ich ein Kosmetikstudio habe, ist egal, mit was ihre Partner arbeiten, sie werden einfach dafür bezahlt und das ist einfach in meinen Augen wirklich, wirklich einzigartig. Dann durch diesen Multi-Channel-Kanal, zum Beispiel auch das Gerät, es gibt jetzt Menschen, die werden sagen, naja, schön und gut, Aloe Vera, aber ich möchte gar nicht damit, ich möchte eher wirklich mit diesem Reinigungsgerät starten, weil momentan ist der Markt dafür da und ich will nur da mitarbeiten. Kein Problem, dürfen sie und das ist eben der sogenannte Multi-Channel und deshalb wirklich, das Gute ist ja, was wir wirklich ab 18 Jahren jede Zielgruppe eigentlich ansprechen können, von jung bis alt, Studenten, Familien, Alleinerziehende, Rentner, Unternehmer, Young Generation, also wir haben wirklich für jeden was zu bieten. Können Sie sich vorstellen, was für ein Riesenpotenzial, Riesenpotenzial sie haben, es ist ja unendlich. Es gibt Firmen, die haben irgendwas Bestimmtes, da weiß man, okay, von bis ist interessant, Rest nicht. Hier ist es wirklich eigentlich für jedermann wahnsinnig interessant. Deshalb, wir haben wirklich, in meinen Augen, mega Vorteile bei Fairway, weil wir einfach hier komplett frei sind, ganz, ganz wichtig, es gibt hier kein Druck, es gibt hier kein Muss, es ist ein Unternehmen, das heißt, Sie sind hier selbst und ständig, Sie entscheiden, was ist Ihr Ziel, was wollen Sie verdienen, wie weit wollen Sie kommen, das müssen Sie wissen und das kann Ihnen auch keiner abnehmen, aber keiner tut Sie zu etwas hier zwingen und das war mir damals schon ganz wichtig, weil genug Druck hat man in seinem eigenen Job, man hat genug Druck jeden Tag und deshalb muss noch nicht sein, dass ich in diesem Business jetzt auch noch den Druck bekomme und das ist das Schöne dabei, das heißt, wir haben ja keine Mindestabnahmen, wie gesagt, kein Gebietsschutz, Sie können wirklich überall Menschen werben oder auch Produkte verkaufen, wir haben keine Lagerkosten, geringe Fixkosten und das ist ein Part, was wahnsinnig interessant ist, gerade für die Selbstständigen, Sie können sich gar nicht vorstellen, wie viele Selbstständige zu uns mittlerweile stoßen, weil sie einfach, ja, auch schauen müssen, wo sie bleiben, weil es einfach nicht mehr so geht, weil die Kosten explodieren und ja, die muss auch erstmal bezahlt werden und wenn der Kunde halt nicht reinkommt, dann zahle ich trotzdem meinen Strom oder habe trotzdem meine Mitarbeiter und das ist halt hier bei uns eben genau das Gegenteil, keine Personalkosten, was, wie man jetzt hier Selbstständige vor mir habe und die würden mir jetzt da erzählen, wie das jetzt mit den Angestellten ist, dann, ja, wissen Sie Bescheid, diesen Stress würde ich wirklich nicht haben wollen, ich habe zwar, jetzt bei Fairway haben wir insgesamt 11.000 Partner, aber kein einziger ist bei mir angestellt, das heißt, jeder arbeitet für sich, ich habe keinen Stress damit und wenn einer irgendwas nicht bezahlen kann oder irgendwas angestellt hat, dann ist es nicht mein Problem, sondern Fairway und von dieser Person und das ist so genial, ne, wir haben freie Zeitanteilung, wir haben flexible Arbeitszeiten, wir haben eine professionelle Beratung, wir haben mega Schulungen, gerade die neuen Schulungen, ich finde, die sind einfach sensationell, wir haben eine Online-Akademie, wir haben also wirklich alles da, was sie eigentlich nur nutzen müssten, ne, wir haben ein Marketingkonzept, wir haben einen eigenen Webshop, das heißt, da muss sich keiner drum kümmern und auch gerade die rechtlichen Sachen beachten, es ist alles abgesegnet, sie haben sogar ein E-Wallet, finde ich mega, das heißt, ihr Geld kommt virtuell auf ihr Backoffice und sie entscheiden dann, was sie damit machen, sie können eben, wie schon erwähnt, international aufbauen und ich glaube, das aller, allerwichtigste ist wirklich persönliches Wachstum. Es gibt wirklich keine Schule der Welt, Außen-Network-Marketing, die sie so fördert, also das kann jeder hier bestätigen, der wirklich, glaube ich, länger dabei ist oder ich kann ja nur von mir reden, heute denkt ja jeder, ja klar, so wie sie reden, da ist ja klar, dass sie erfolgreich geworden sind. Ja, mein Mind, am Anfang konnte ich genauso sprechen, natürlich nicht, also ich war mega schüchtern, ich weiß, mein erstes Mal, wo ich nach vorne kommen musste und referieren durfte, meine Güte, ich habe mir echt was in die Hosen gemacht, das war echt nicht einfach und heute, klar, spricht man dann so ganz frei da über das Business und das meine ich damit, meine, viele Menschen sind super, super stark geworden im eigenen Business, im Familienleben, also ich denke mal, die Schule, alleine wenn sie nur das machen, das, was wir ihnen an die Hand geben, mitnehmen, haben sie schon gewonnen, wirklich, egal, ob sie jetzt hier erfolgreich werden oder nicht, aber sie haben schon für sich was mitgenommen, garantiert. Ja, ich würde jetzt jetzt so aufteilen, wir gehen jetzt mal kurz die Produkte durch und dann natürlich das Konzept, natürlich werde ich das jetzt nur grob anschneiden, aus Zeitgründen, sonst müssen wir bis morgen früh noch da hocken, aber für die Neuen vielleicht unter Ihnen, wir haben alles da, wir können alles nachlesen, wir haben tolle Videos, wo sie natürlich alles nochmal nachhören, wir haben Produktschulungen, also es ist alles da, aber natürlich würde ich kurz ein paar wichtige Dinge mal so grob erwähnen. Ja, ich starte mit unserem umsatzstärksten Produkt, was natürlich aber leider ja nur bis Mittwoch im Moment bestellbar ist und dann hoffen wir natürlich, dass es wieder bald schnell kommt und das ist natürlich unser fairer DTX-Drink, ich sag mal so, unser Wunderprodukt, viele Partner haben mir mittlerweile sogar wirklich gesagt, Geschenk des Himmels und bevor ich das ewig erkläre, glaube ich, haben wir einen wunderbaren Film, deshalb jetzt höchste Konzentration, schauen Sie sich einfach mal den Film an, ich hoffe, der Ton ist auch da und ja, genießen Sie ihn und dann komme ich noch an diese Eckpunkten. Von Geburt an besteht unser Körper aus 50 Billionen Zellen, gefüllt mit Flüssigkeit, welche hexagonal strukturiert ist. Diese Anordnung des Wassers ist die Grundlage unseres Zellstoffwechsels, die Basis eines normalen Lebens und unserer Gesundheit. Wenn wir gesund sind, funktioniert die Zellversorgung im Körper wie ein Magnet, bei dem sich Plus- und Minuspol anziehen. Sauerstoff, Mineralien und Nährstoffe werden aufgenommen, während Abfall und Schadstoffe entsorgt werden. In der heutigen Zeit tragen viele alltägliche Faktoren unbewusst zu einem verlangsamten Stoffwechsel und zur Bildung von freien Radikalen bei. Dazu gehören tierische Eiweiße wie Fleisch, Wurst, Fisch und Eier, Milch und Milchprodukte wie Joghurt oder Quark, Sojaprodukte, Teig, Backwaren und Süßspeisen, kohlensäurehaltige Getränke und Softdrinks, der Konsum von Alkohol, Kaffee und Nikotin, synthetische Lebensmittelzusätze wie Glutamat oder Aspartam, Toxine von Bakterien, Viren und Pilzen, mangelnde Bewegung, mentaler Stress wie Sorgen, Ärger und Ängste, Elektrosmog durch Smartphones, Computer oder WLAN, Feinstaub durch Kraftfahrzeuge. Die Folgen sind Schäden an den hexagonalen Strukturen der Zelle. Die Versorgung mit Sauerstoff, Mineralien und Nährstoffen wird immer schlechter und die Vergiftung durch Abfall und Schadstoffe nimmt zu. Die Entstehung von Krankheiten ist die logische Konsequenz. Folgende negative Erscheinungen des Körpers können die logischen Konsequenzen sein. Müdigkeit, Erschöpfung, Übergewicht, Schlaf- und Konzentrationsstörungen, Schmerzen in Nerven, Muskeln und Gelenken, Haarausfall, Faltige Haut- sowie Hautunreinheiten, Entzündungen und Infekte, Bluthochdruck, Diabetes und vieles mehr. Bekämpfen Sie negative Umwelteinflüsse und freie Radikale. Die Zellstruktur wird wieder aufgebaut und der Stoffwechsel positiv beeinflusst. Die optimale natürliche Versorgung innerhalb der Zelle wird wiederhergestellt, wodurch eine zukünftige Ablagerung von Schadstoffen nicht mehr möglich ist. Der Grundstein für Gesundheit und gesund bleiben ist gelegt. Es hilft dabei, die Biorhythmen des Körpers mit jugendlicher Energie zu erneuern und sich rundum wohlzufühlen. Ja, ich denke mal, so einzigartig, also so einfach und doch so faszinierend. Und ich meine, das ist einfach, der Spruch ist ja nicht umsonst gesagt. Gesundheit ist zwar nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts. Und deshalb ist es ein wichtiges Thema. Und ja, das war wirklich eine Sensation 2018, wo das Produkt auf den Markt kam, also bestehend eigentlich aus unrafinierten Salzen, aus einem reinsten, hexagonalen, man sagt dazu, lebendigen Wasser, wie man es schön gesehen hat in dem Film, 84 Spurenelementen, die einfach der menschliche Körper von Natur aus besitzt und energiebeladene Moleküle, die wirklich unseren Körper in Balance bringen. Das heißt einfach all das, was wir überhaupt mal so von der Geburt aus ja bekommen haben, das aber im Laufe der Jahre verloren gegangen ist, gibt uns dieses Wasser wieder zurück. Und das ist so sensationell. Und das ist einfach, ja, hier kann man es vielleicht sehen, bevor ich kurz was dazu sage, zum Thema hexagonal. Viele wissen gar nicht, was heißt hexagonal. Ja, ich denke mal, vielleicht einer oder andere kennt den Wasserwissenschaftler, Masuru Emoto, hat wahnsinnig viele tolle Bücher geschrieben. Und er hat es ja wirklich geschafft, in einem Labor, in seinem Institut, die Kristalle des Wassers zu fotografieren und zu schauen, wie ist das Wasser? Weil Wasser ist ja das A und O, das Lebenselixier. Ohne Wasser würden wir nicht existieren, ohne Salz genauso. Und Wasser ist ja auch der Leitungs, ich sage mal, das ist ja auch das ganze Kommunikation. Die ganze Kommunikation im Körper funktioniert eben durch das Wasser. Und haben Sie ein schlechtes Wasser, ein totes Wasser, dann können Sie ja vorstellen, was passiert. Sind Sie aber dabei aufgebaut und das lebendige Wasser fließt in Ihrem Körper. Ja, dann sind Sie natürlich topfit und das kann man hier schön sehen, was ein distilliertes Wasser an Kristalle vorweist, was Wasser nach Osmose, oder wie das Wasser nach Osmose aussieht, nach Filterung, hat sogar Leitungswasser in Oberbayern fotografiert und Sie sehen überall zerstörte Struktur. Und diese Hexagonale, das ist das, wie gesagt, wo wir im Mama-Bauch, im Mutter-Bauch drin waren, das war auch Hexagonal, da sind wir entstanden. Und das ist das A und O, das ist das Wasser, wo wirklich Leben erhalten bleiben kann. Und das ist eben diese Hexagonale Geschichte. Und ich glaube, viele haben jetzt sofort an einen Kristall gedacht, also an die Schneeflocke. Und so sieht es auch aus, diese sechseckige Struktur. Und das ist das, was quasi dieses Wasser in unserem Körper wieder zurückgibt. Das heißt, der Körper wird komplett wieder hexagonal aufgebaut. Das Gute ist natürlich, wir haben tausend Beweise, Bestätigungen, Laboratoriesberichte, aber ich glaube, der beste Beweis sind die tausenden unzähligen Erfahrungen in unserem Partner. Und da möchte ich jetzt auch wieder hier ein Danke sagen an alle, die sich wirklich Mühe machen, Mühe geben und schreiben, Bilder schicken. Das ist wirklich sensationell. Aber natürlich, auch das ist klar das Problem gewesen, weil wir ja super Sound haben. Gibt es da draußen Menschen, Lobbyisten, die einfach das nicht so sehen wollen und ja, das Produkt ist einfach zu gut und deshalb sind wir immer angreifbar. Und das hatten wir letztes Jahr das Problem gehabt und da hat man das Produkt halt auch vom Markt nehmen müssen. Da haben wir natürlich tausend Berichte und tausend Sachen untersuchen und Fairway machen müssen, aber wir haben es wieder bekommen. Der Beweis ja noch einmal, wir haben alles richtig gemacht. Unser Produkt ist mega. Naja, jetzt sind wir wieder an der Zeit. Jetzt ist wieder da draußen jemand, der wieder uns natürlich ärgern möchte und deshalb, wie gesagt, vielleicht kann sein, dass es wieder drei Monate jetzt warten müssen, bis es vielleicht noch neu kommt, verbessert kommt, dass wir noch mehr unantastbar sein werden und deshalb ist die Möglichkeit, an diesem Produkt ranzukommen, nur noch bis Mittwoch gegeben und deshalb sind sie jetzt neu dabei, greifen sie zu, weil ja, wie gesagt, man kann damit echt einfach wahnsinnig viel sich selber helfen und den anderen. Ich habe da einige Erfahrungsberichte hier, wo einfach hier zum Beispiel um Entzündungswerte ging, wo zum Beispiel man Sotbrennen hatte, Darmbeschwerden, unreine Haut, wo in kurzer Zeit wirklich mega Erfolge hatte oder hier, Rückenschmerzen, Schlafstörungen, Knie, die jahrelang damit zu kämpfen hatten und dann plötzlich nehmen sie dieses Wunderwasser und wirklich teilweise nach zwei, drei, vier Wochen hat man Erfolge, die man sonst in meinen, also wirklich 21 Jahren, ich habe kein Produkt erleben dürfen, wo es so schnell angeschlagen hat. Es ist wirklich der Wahnsinn. Magendarm, Müdigkeit, hier haben wir eine Übersicht, das kommt nicht von mir, es kommt von den Heilpraktikern, von Osteopathen, der auch ja das Produkt mitentwickelt hat und der hat es wirklich hier uns weitergegeben, weil die Erfahrungswerte in seiner Praxis wirklich gezeigt haben, in diesen, oder bei diesen Krankheitsbildern ist ein DTX-Drink must have. Und Sie sehen ja, ja, orthopädische Krankheitsbilder, Arthrose, Arthritis, Rückenschmerzen, Bandscheibenschädigungen oder organische Beschwerden, Morphoschrom, Blasenentzündung, Magendarm, Prostata, Diabetes, meine Güte, wie viele Millionen Menschen da draußen Diabetes haben und das steigt ja zu Jahr zu Jahr immer mehr. Dann Borrelose, auch ein großes Problem, wo man ja auch nichts machen kann und keine Impfung, gar nichts dagegen hilft. Dann Leistungsstau, Antriebslosigkeit, Schlafstörungen, Sie sehen, ein wahnsinniges Spektrum, wo wirklich, wirklich wir helfen können und geholfen haben. Dann kommen dazu diese Antibiotika-resistente Keime, die, glaube ich, jeder kennt. Ja, ich weiß gar nicht, wie viele Tausende Menschen jährlich davon sterben, wo kein Mensch drüber redet. Sachen, also einfach Bakterien, wo kein Antibiotikum mehr hilft. Sehr bekannt ist ja der Helicobacter oder diese Salmonellen oder dieser Staphylococcus aureolus, glaube ich, sehr bekannt. Und das ist auch eine Sensation gewesen, dass wirklich das DTX-Wasser oder das hexagonale Wasser wirklich nachgewiesen, einfach eine antibakterielle und antivirale Wirkung zeigt und tatsächlich auch eben natürlicher Schutz vor Übersäuerung ist. Sie sehen hier Quality Labs für viele Heilpraktiker, für viele Fachleute ist es ein Begriff, also es ist wirklich ein renommiertes Institut, wo wirklich man nicht zahlen kann oder bezahlen kann, sondern wirklich unabhängig ist. Und da sehen Sie auch, alle Bakterien sind aufgeführt und wir wirklich bestätigt bekommen haben, dass das DTX oder diese DTX-Drink eben dagegen angegangen ist. oder einfach da mit 99,99 Prozent diese Virenbakterien eliminieren kann. Dann haben wir parallel noch ein Gutachten in die Wege geleitet, auch an einen Herrn Steinmann und Sie sehen auch dieser Norovirus, der wahnsinnig schlimm ist, wo viele wirklich aufpassen müssen, wie viele daran auch schon gestorben sind und da haben wir wissen wollen, ist das möglich und auch das ist möglich. Sie sehen ja in einer Minute wirklich bei hoher Belastung und diesen Viren konnte man mit DTX diese Viren eliminieren. Es ist Wahnsinn. Und natürlich möchte ich das auch erwähnen, es kommt auch natürlich nicht von mir, sondern natürlich von den Experten. Ich meine, wir haben nun mal diesen Virus im Moment hier und viele suchen nach Möglichkeiten, wie kann man sich dagegen schützen, was kann man tun und eben die Experten sind sich ja einig, dass einfach auch dieser Virus, dieser Coronavirus auch eine ähnliche Struktur aufweist wie alle anderen Keime und deshalb wirklich Empfehlung von Experten, trinkt ihr bitte jeden Tag das DTX-Drink, weil einfach er für starkes Immunsystem sorgt, für eine starke Abwehr sorgt und wirklich keine Macht an Viren gibt und deshalb gerade jetzt natürlich, ich meine, die sind schon schlau gewesen, wann die jetzt uns ärgern wollen, gerade in der Zeit, wo wir es eigentlich brauchen, weil jetzt kommt der Winter, jetzt muss man sich wieder wirklich schützen und deshalb haben wir das Produkt noch da. Wie gesagt, bis Mittwoch kann man da noch zugreifen und dann hoffen wir und beten wir, dass es nicht so lange dauert, bis dann wieder das neuere Produkt quasi auf den Markt kommt. Ja, hier sehen Sie auch eine weibliche, eine Dame, 49 Jahre jung, also wirklich übersäuert, bis es nicht mehr geht, vergiftet, bis es nicht mehr geht. Sie schauen, Sie sehen ja hier schon alleine den Pfeilen. Ja, nimmt das DTX, sie war einer damals der ersten Probanden bei Fairway und hat dann eben Blut abgegeben, dann zwei Monate getrunken, wieder Blut abgegeben und Sie schauen sich, was da passiert ist innerhalb von kürzester Zeit, zwei Monaten, wie sich wirklich ja Feinstaub, Nikotin, Glufosat, also alles das, was den Körper an Giftstoffen hatte, wirklich wie schnell die ja schon wirklich abgebaut haben. Sensationell, meine Augen, einzigartig. Und hier möchte ich Ihnen auch gerne diese Dunkelfelddiagnostik zeigen, weil einfach die, das, egal was, man kann alle sagen, man kann jetzt diese ganzen von mir aus Berichte faken und was nicht alles, aber was man nicht faken kann, ist das Blut, weil man nimmt das Blut ab und dann kann man das bei diesem Mikroskop quasi 400-fach diese Blutkörperchen vergrößern und dann sieht man alles genau, was hier alles abgeht bei einer Person. Hier wurde bewusst jetzt mal ein 20-Jähriger getestet. Man denkt ja immer, im Alter ist es wichtig, ich bin ja noch jung, total falsches Denken, weil je schneller man damit anfängt, desto besser. Sportler, gesunder Lebensstil hat er da gehabt und schauen Sie, wie sein Blut ausgesehen hat. Sie sehen, es vibriert, es ist wirklich wie so gelb rollen, das heißt, diese ganzen roten Blutkörperchen und vielleicht wissen Sie es aus der Biologie, da sind unsere Transporter, das heißt, damit überhaupt die Nährstoffe in die Zelle gelangen, weil dahin müssen sie gelangen, sonst wird nichts funktionieren, brauchen wir diese Blutkörperchen und natürlich, wenn die nicht fließen, wenn die natürlich blockieren, wenn die sich einfach hier alle verkleben, dann ist doch klar, dass es auf Dauer niemals gesund sein kann. Ja, und dann hat man ihn, die Heilpraktikerin gab ihn damals 30 Milliliter, DTX, hat eine Stunde gewartet, nur eine Stunde, hat dann wieder Blut abgenommen und schauen Sie mal, was in einer Stunde passiert ist. Es ist fast unglaublich. Und das Schöne ist ja, viele können es ja bestätigen, damals kam ja die Dame mit diesem teuren Gerät nach Stuttgart und da hat sie einige Leute freiwillig nach vorne gebeten, hat wirklich live Blut abgenommen und das dann auf der Leinwand gezeigt und wirklich bei allen hat es genauso ausgesehen. Vorher komplett verklumpt, nach 30 Milliliter DTX trinken, eine Stunde Wartezeit, Wahnsinn. Und so muss es im Körper eben funktionieren, es muss fließen. Und das ist der beste Beweis, dass das Produkt mega ist. Das heißt, wer braucht diesen Drink? Jeder, wirklich jeder, alle, die gesund bleiben wollen, alle Sportler, weil es wirklich eine dopingfreie Leistungssteigerung beabsichtigt, also der wird auch bald auf die, wenn es dann wieder ein neues Produkt kommt, jetzt ist ja eh wieder erstmal kurz Pause, aber auf jeden Fall wird es auf die Körnerliste kommen und natürlich für alle Menschen, die bereits gesundheitliche Herausforderungen haben. Und deshalb diese Aktion nochmal, für die, die vielleicht neu sind, sie dürfen damit gerne auch starten, das heißt 4 plus 2, sie bezahlen 4, bekommen 2 geschenkt, das ist dann natürlich ein Partner-Einkaufspreis, das heißt normalerweise hätte man einen Preis von 300 an 1 Euro und jetzt zahlen sie nur 100, 99, 90. Wie gesagt, im Moment wirklich, wirklich Schluss ist am Mittwoch, also da wird auch kein Tag verlängert, sondern wirklich bis Mittwoch können sie noch diese Mega-Aktion ausnutzen. Genau, denken sie da an sich, an ihre Liebsten, vielleicht an Weihnachtsgeschenke, ich meine, wünschen sie nicht nur Gesundheit, verschenken sie diese. Ja, dann natürlich kam später das Spray, also auch das, das bleibt, da gibt es Gott sei Dank keinerlei Problemchen, in Anführungszeichen, also das ist ja auch ein Produkt, was seinesgleichen sucht, also wirklich von außen zum Sprühen, wir stehen genauso eben aus Wasser und Salz, also 100% Natur, keimreduzierend, und hier sehen sie am besten, was man damit alles bearbeiten kann, wo man es einsetzen kann, Wahnsinn, das ist wirklich die natürlichste Apotheke der Welt, würde man dazu sagen, also von A bis Z, Wahnsinn, Wahnsinn, wir haben ja viele, viele, viele auch da Erfahrungsberichte sammeln können, vor allem auch, wo es ganz wichtig ist, was ja auch zeitlang ausverkauft war, das Spray, weil es wirklich die Leute zugeschlagen haben, klar, weil das am natürlichsten, die Hände, oder auch alle, ne, Handflächen und was weiß ich, überall, alles desinfiziert, ohne dass eben ihre Hände da, ihr BH-Mantel da zerstört wird, sondern wirklich auf der natürlichen Art und Weise, bitte, solange sie ihre Hände damit besprüht haben, nicht gewaschen haben, haben sie einen hundertprozentigen Schutz gegen Viren und Bakterien und das ist mega, deshalb immer dabei haben, gerade jetzt in dieser Zeit und nicht ständig diese komischen Infektionsmittelchen, sie kennen die alle, die ihre Haut zerstören. Auch das war die Sensation 2018, weil es gibt einen Keim, der wirklich nichts mit nicht zu behandeln ist und der sich ja ein Staphylococcus, wie der es nennt, meine Güte, und da wurde nachweislich wirklich auch bewiesen, dass dieses Spray, diesen Keim fast zu 100 Prozent eliminiert. Auch da haben wir ein Zertifikat, auch das können Sie alles haben und vorlegen, das ist einfach Sensation. Und hier aus den Praxen von unseren Heilpraktikern wirklich Beweise, hier war ein Mensch mit weißem Hautkrebs, bei ihm stand er auf der Matte und das war 24.07. Da war der Beginn, innerlich und äußerlich. Ja, Sie sehen, wie das wirklich von Tag zu Tag besser wurde und am 27.09. sprich, das waren gerade mal zwei Monate, ja, wurde das komplett quasi, ich will das Wort nicht nennen, was ich meine, also es war einfach wirklich komplett wieder behandelt worden. Die Kubitus, ich meine, da wird jeder schreien, das kann nicht sein, das geht nicht, doch es geht. Wir haben wirklich mehrere Partner mittlerweile, die wirklich die Beweise liefern konnten. Hier war jetzt eine Person, ja, das Bein war kurz vor Amputation, vielleicht nicht gerade appetitlich, aber trotzdem möchte ich es Ihnen gerne zeigen, was da, ja, das war immer offen und wie gesagt, konnte mit nichts wieder verheilen, er konnte, ja, das war wie gesagt, die einzige Option, Bein weg. Gott sei Dank hat er noch rechtzeitig reagiert, hat eben uns kennenlernen dürfen oder den Heilpraktiker und Sie sehen zweiter, zweiter und neunter, fünfter wirklich komplett zu. Was können Sie mir mal vorstellen, versetzen Sie sich mal in diese Lage von dieser Person. Also wenn das keine Lebensqualität ist oder wenn es nicht Lifestyle ist, dann weiß ich auch nicht. Der Mensch, der hat ja ein 100 Prozent, aufgrund der sich das Leben sich um 180 Prozent gedreht, weil er wieder jetzt ganz anders leben kann. Und das finde ich das Schöne, dass wir Menschen wirklich helfen können und zwar mit Natur oder hier Erwachsenenakne, seit 16 Jahren liebt diese Person und zwei Monate später war es komplett symptomfrei. Ich meine, fragen Sie diese Person, wie es ihm heute geht, weil vorher psychisch fast zerbrochen und heute wirklich wie neu geboren und so weiter und so fort. Da könnte ich wirklich bis morgen früh weiter Bilder zeigen, Schuppenflechte, hier auch wieder Wahnsinn. Das war ihr Produkt. Heute ist die Goldambassadorin auf dem besten Weg zu Managern, die Dame. und ich weiß, ob sie vielleicht auch heute im Zoom ist, die Frau Tschernow. Und ja, der Ursprung war ja wirklich dieses Spray. Wahnsinn. Also so kann man auch Geschichten schreiben oder auch hier. Also wie gesagt, es gibt so viele Baustellen, wo man damit helfen kann. Und worauf ich mich super freue, natürlich wurden auch mit diesem Wasser und Salz sind Masken produziert worden. Mega. Ich kann schon kaum erwarten. Gibt es momentan noch nicht. Lieferbar ab Dezember im Zehnerpark. Also da können Sie schon mal wirklich drauf rollen. Ja, deswegen, das war DTX und das Spray. Natürlich sagen auch die Experten mittlerweile, na klar, solange wir es haben, ist das das Non plus Ultra. Wir haben mega tolle Nahrungsergänzungsprodukte, die ich jetzt gerade auch noch durchgehen werde. Aber die Voraussetzung ist, dass die Zellen sich öffnen, dass die funktionieren und dass die aufnahmefähig sind. Und das erreichen wir natürlich super gut mit dem DTX und dann folgt eben der Rest. Und da möchte ich ganz kurz die Produkte erwähnen. Wir haben also auch da, wir haben nicht viele, aber dafür einzigartige. Und ich denke mir, man braucht auch nicht 400 Produkte, um erfolgreich zu werden. Das wird sowieso nicht funktionieren. Man braucht nur die richtigen und fertig. Und ich meine, dass dieser Markt wahnsinnig groß ist, sehen Sie es hier. Dass wir da richtig sind, sehen Sie hier. Wahnsinn. 2018 128 Milliarden US-Dollar weltweit, nur im Bereich der Frischen. Erwarteter Wachstum sogar bis 2020 und weiterhin 9% ständig, also jährliche Steigerung. Und davon, das ist das Interessante, von den 128 Milliarden, schauen Sie mal, 23 alleine durch Multilevel-Marketing. Das spricht genau, wo wir uns gerade befinden. Und das Coole ist ja, dass auch das wieder, also das ist, finde ich, so fairway gigantisch, das einfach nicht nur gelabert wird, sondern immer mit Fakten. Immer Fakten. Und da haben wir natürlich einen super Experten gewinnen können, den Doktor, oder Professor, Doktor Klaus-Michael Braumann, ich denke mal, einer oder andere wird ihn kennen, ansonsten dürfen Sie auch gerne googeln. Er ist ein deutscher Sport- und Allgemeinmediziner, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Sportmedizin und Prävention, aktiv bei der FIFA, sowie in Olympiastützpunkten Hamburg, Mannschaftsarzt, Fußballmannschaft von Hannover, 96 gewesen, Buchautor, Hochschullehrer, also ein Mann, der wirklich wirklich einiges schon hinter sich hat. Und denn damals wurden die Produkte zum Testen vorgestellt. Er hat sie alle wirklich auseinandergenommen und er war so begeistert, dass er beschlossen hat, 2020 möchte er gerne mit Fairway zusammenarbeiten und mit Fairway weitere Produkte entwickeln und vorstellen. Und da hat er noch den Ex-Profispieler, den Thomas von Hesen, mit reingenommen, weil die einfach, ja, die Erfahrung haben, das Know-how haben. Und das war auch, was die gesagt haben. Warum haben die sich dafür entschieden? Weil sie einfach natürlich nicht irgendwelche Produkte pushen wollen, sondern nur solche, wo die wirklich davon überzeugt sind, eigene Erfahrungen gemacht haben, nach Befassung mit den Wirkmechanismen der Inhaltsstoffe, davon ausgehen können, dass die wirksam sind. Und die waren wirklich sprachlos begeistert. Er war auch in Stuttgart, hat ein Seminar gehalten für uns. Mega. Und ganz ehrlich, schauen Sie hier, Sie werden nicht viele Produkte da draußen finden, die wirklich es geschafft haben, in der kürzesten Zeit auf diese Körnerliste zu kommen. Vielleicht für die, die es noch nicht kennen, für die Profisportler von höchster Bedeutung, weil nur die Produkte, die da draufstehen oder da aufgeführt sind, dürfen sie nutzen. Sprich, es ist, ja, tolle Produkte, die wirklich Wirkung nachweisen, aber eben doppelfrei sind. Und davon haben wir mittlerweile, wie gesagt, jetzt zwei, dass der TX ist in der Planung gewesen und ich hoffe, das bleibt auch so, dass es auch noch auf die Liste kommt. Aber wir starten mal mit den Produkten, die wir wirklich, wie gesagt, in meinem Raum zum Must-Have gehören, die jeden Tag jeder nehmen sollte und da starte ich natürlich mit unseren All-in-One. Also wir dürfen nachher gerne am Schluss mal wirklich Kommentare geben, weil ich weiß, da haben so viele Menschen damit Erfahrung gemacht haben. Ich finde das Produkt sowas von genial mittlerweile, weil ich es jetzt auch mit dem Saft ertrinke, dann ist es sowieso gar kein Problem mehr und das ist Wahnsinn. Also das sind wirklich 30 verschiedene Nährstoffe, da ist eigentlich alles, was der Körper benötigt. Das heißt, wir brauchen jetzt nicht Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Omega, da, 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 tausend Dosen. Ich sage mal, früher war es bei mir so, ich habe natürlich fleißig alles genommen, war aber wirklich dann auch schon satt, also mein Frühstück war damit gelaufen, weil bis du jede Pille geschluckt hast, war ich voll und das finde ich hier so genial. Nicht tausende Produkte, weil es kostet auch alles Geld, sondern alles in einem. Wirklich, Vitamine, Mineralien, Obst, Gemüse, Algen, Ballaststoffe, Omega, Kolostrum, wirklich alles für die tägliche Ernährung, vor allem nicht nur für Erwachsene, vor allem für unsere Kleinen, weil genau die sind gerade sowieso gefördert, jetzt sowieso in der Schule mit diesen Masken, mit allem drum und dran, die brauchen wirklich Vitalstoffe und da ist das All in One und Verzicht bei meinen Augen. Also ein Megapreis, einmal pro Tag sind sie wirklich mit allem versorgt und auch da hat auch der Professor Braumann erst dieses Jahr wieder einen Kommentar abgegeben, nämlich was unser Produkt hat, ist nämlich diese Nikotinsäuren genannt und das ist zum Beispiel momentan der aktuell schnellste Fettsenker. Wie viele Menschen haben Probleme mit Cholesterin und solche Geschichten und auch das zum Beispiel kann man damit verbessern. Deshalb ist das All in One in meinen Augen ein Muss für jeden. Sprich DTX All in One und jetzt kommen Produkte die sind nach Bedarf. Das heißt das muss nicht jeden Tag genommen werden sondern einfach wenn sie es brauchen. Was haben wir da? Fairway Energize. Sie sehen erst das Produkt was auf der Könnerliste steht. Mega, mega, mega. Sie schauen alleine hier was drin ist. Das heißt für die sofortige Energie das heißt nicht erst in ein paar Stunden sondern jetzt und hier. Sie gehen trainieren sie brauchen jetzt Energie sie sind müde sie müssen länger fahren und 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 sie brauchen Energize machen sie sofort Sachet auf am besten am Anfang nur die Hälfte weil es wirklich volle Power ist und sie sind in zwei Minuten fit wie ein Turnshow und das hält wirklich acht Stunden und dann sind sie wie so Duracell zack 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 also wirklich für sportliche Höchstleistungen und einen energiegeladenen Tag ohne Kompromisse. Ein Hammerprodukt wirklich probieren sie es aus. Fairway Repower auch auf der Könnerliste Wahnsinn also wirklich ein Wahnsinn das heißt wenn sie den Körper abverlangt haben und der Körper wirklich geliefert hat dann ist doch klar wie bei jedem Handy ist da auch genau dasselbe sie laden das Handy und abends was machen sie wieder stecken sie es wieder ein weil natürlich der Akku am ganzen Tag verbraucht worden ist und er wird wieder geladen und genauso ist mit unserem Körper sie haben trainiert sie haben alles gegeben sie haben viel Energie auf der Arbeit verbraucht oder 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 dann bitte bitte immer dran denken geben sie auch wieder was zurück an den Körper und das ist genau das machen sie mit Repower das heißt zum Beispiel gerade effektiver und kürzere Regenerationszeit für Muskeln und Nerven gerade wenn sie zum Beispiel trainiert haben damit wirklich Muskelkater reduziert wird damit diese Regeneration schneller wieder kommen kann dann natürlich dadurch können sie auch häufiger trainieren übrigens das Produkt ist ja einzigartig exklusiv nur bei Fairway zu bekommen wurde zehn Jahre lang getestet oder produziert von einem ganz 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 tollen Professor und zwar wurde das Produkt getestet an Ironläufern und normalerweise hat man ja feststellen müssen normalerweise geht nicht dass man in kurzen Zeit Höchstleistung bringen kann als Ironman Läufer und da gab es wirklich Fälle das wurde bestätigt dass durch das Repower durch diese Shots ist wirklich eins passiert dass man wirklich dass Menschen Läufer in einer kurzen Zeit zweimal Höchstleistung erbringen konnten das ist der Wahnsinn bessere Schlafqualität bessere Stressfähigkeit also Wahnsinn wirklich ein Hammerprodukt Q10 ist ganz wichtig ist auch mit dabei also unbedingt mal ausprobieren genau hier sehen Sie sind wirklich mega 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 Inhaltsstoffe drin was der Professor Braumann erwähnt hat ist einmal das Curcumin vielleicht sagt es Ihnen was wenn nicht hier hat das aufgeführt was ist Curcumin verringert bei Arthrose-Patienten zum Beispiel die Schmerzen verbessert die Beweglichkeit ähnlicher Effekt auf das subjektive Schmerzempfinden von Curcumin sind Schmerzmedikamente verlegen Sie mal anstatt man Ibuprofen sich reinzuschmeißen mit tausend Nebenwirkungen sollen die Leute einfach mal unser Repower nehmen weil das lässt darauf schließen dass Curcumin ein Inhaltsstoff eben vom Repower einen ähnlichen schmerzlindernden Effekt aufweist wie diese Schmerzmittel ist das nicht genial so am Fokus wirklich das Bild sagt ja schon das ist zum Beispiel ein Produkt was Sie brauchen wenn Sie volle Konzentration benötigen sei es Prüfungen sei es irgendeine knifflige Aufgabe sei es irgendwie Konzentration weil Sie irgendeine Präsentation machen wollen und 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 also wirklich Wahnsinn auch das ist wieder so ein Produkt verstärkt sofort also sofort kurz nach der Einnahme bekommt das Gehirn den sofortigen Energieschub für mehr Leistung also ein mega mega Produkt was Sie auch unbedingt probieren müssen und dann haben wir noch ein Produkt und das ist ein riesen Markt leider aber da können wir ja helfen das heißt es gibt so viele Menschen die Schlafprobleme haben und ich meine jeder von Ihnen weiß eins wenn auf Dauer nicht man schlafen kann dass das natürlich krank macht verständlich von alleine und da haben wir ein mega Produkt auf den Markt gebracht was wirklich tolle Inhaltsstoffe drin hat alles natürlich in Form und einfach wofür um schneller einzuschlafen sich länger eine längere Erholung erreichen kann und ausgeruhter aufwachen kann und da haben wir natürlich auch viele Erfahrungen eine möchte Ihnen gerne zeigen weil das ist auch wieder so Beweise nicht nur Blabla sondern da gab es eine Dame die hat eine Messuhr das heißt sie kann es wirklich die konnte messen wie viel Schlaf sie pro Nacht hatte Entschuldigung und da steht es ja auch zwei, vier Stunden sorry vor lauter Begeisterung dann waren es fünf Stunden und dann gab es sogar eine Nacht nachdem sie dieses Sleep genommen hat zwei Wochen lang glaube ich hat sie sogar acht Stunden durchgeschlafen und ich meine wenn das kein Erfolg ist dann weiß ich auch nicht und da sind auch Inhaltsstoffe drin die halt einfach besonders sind wie das L-Trupotaphan wie auch immer das ausgesprochen wird was wirklich diese antidepressive Wirkung hat und dieses Melatonin ich glaube das kennt jeder das ist ein Hormon was halt wirklich in diesem also praktisch ein Teil von diesem Zwischengehirn da wird aus Serotonin eben da wird da was produziert und das einfach diesen Nacht Tag Rhythmus einfach steuert das heißt auch ganz ganz wichtig für uns Menschen und das ist alles in diesen Produkten drin Sie sehen mehr ist nicht mehr wichtig wir haben alles abgedeckt und was jetzt noch fehlt ist natürlich unser Aloe Vera und da natürlich haben wir zweierlei einmal das Acai alleine Aloe Vera möchte ich Ihnen gerne zeigen was das alles so in sich hat Aloe Vera ist ja wirklich der Wahnsinn das heißt das sind Inhaltsstoffe die seinesgleichen suchen die Experten sagen es ist ein Orchester es ist der Hammer 280 Wirkstoffe bewiesenermaßen alles natürlich was der Körper braucht wofür um den Stoffwechsel anzukurbeln um entschlacken entgiften entsäulen und entfetten und da haben wir einmal Aloe 100% Natur wir haben Acai drin das ist eine Beere die wirklich seinesgleichen sucht und wir haben da Agave Agave ist auch schon seit hunderten von Jahren bekannt wurde schon damals von Azteken als Nahrungsmittel nicht Ergänzung sondern Nahrungsmittel und Heilpflanze verwendet und hat natürlich Taschen von Natur aus schauen Sie mal Blutzuckersenken der Entzündungshemmende Wirkung also wirklich fantastische Inhaltsstoffe und das alles in einer Flasche praktisch in einem vereint zu einem sensationellen Preis von 29,90 für ein Liter Verkaufspreis und dann später und ich glaube momentan ist es schon der Blockbuster geworden momentan auch mein Lieblingsprodukt von der Aloe Vera natürlich ist das Aloe mit Cannabis ich meine das ist glaube ich mittlerweile nicht mehr wegzuhören Cannabis ist in aller Munde ich meine das ist wirklich auch eine der ältesten Pflanzen glaube ich der Welt und das noch natürlich mit Aloe vereint das ist natürlich eine Bombe also es ist wirklich eine Bombe die einfach ja nicht mehr zu toppen ist weil wir wirklich 100% Aloe Vera benutzen von der Plantage in die Flasche da ist kein Pulver da ist nichts irgendwie erhitzt sondern wirklich so wie es ist von Natur aus da rein plus den Honig dazu und nämlich Cannabis ja ich weiß viele wenn sie Cannabis hören oh oh da denken sie gleich an THC also Marihuana oder sonst noch was um Gottes Willen das ist natürlich nicht was wir verwenden sondern wir verwenden diesen gesunden Teil und da ganz gut das ist Cannabis übersetzt aus dem Griechischen heißt es Hanf eben gehört zu der ältesten Kulturpflanze in der Welt und besitzt natürlich wirklich eine Jahrtausend Tradition als Nutz als Heilpflanze also wenn sie da mal ein bisschen lesen wollen sie werden wahrscheinlich positiv schockiert sein was das alles schon damals konnte und irgendwann mal eben wo dann die Pharma halt auf den Markt kam so ein bisschen verschwunden ist und jetzt erlebt es so wieder die Wiedergeburt natürlich und ja da haben wir natürlich bestimmte Inhaltsstoffe aus der Cannabis rausgeholt und natürlich nicht die Marihuana also nicht diesen DHC-Wert das heißt das ist natürlich wirklich dann halt Rauschmittel und was wir nehmen komme ich gleich dazu aber auch da vielleicht nochmal ganz kurz erwähnt was hat überhaupt Cannabis in sich Wahnsinn also wir haben wirklich da viele 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 tolle Inhaltsstoffe vor allem diese Proteine ganz wichtig für Vegetarier dann natürlich wenig Kohlenhydrate und da steht natürlich den Säurebasenhaushalt Omega und Ballaststoffe ist ganz ganz wichtig also wirklich viele tolle Sachen und das ist ganz wichtig bitte merkt euch das weil das ist dieser Cannabinoid Guide und Sie sehen eine Seite ist so rot-orange das ist natürlich dieser Rauschmittelbereich Marihuana was wir verwenden ist natürlich die grüne also diese grüne gesunde Seite aber auch da das CPG und das CBC nicht das CPD und ich hatte Ihnen schon damals erzählt und jetzt habe ich ja recht behalten dass das CPD ja wohl irgendwie weiß ich verboten worden ist oder verboten werden sollte also deswegen hat damals schon Färber entschieden wir nehmen lieber CPG und CBC was natürlich viel effektiver ist warum weil CPG ist die Mutter aller Cannabinoid das heißt es ist sogar noch etwas stärker in der Wirkung als das CPD und Sie schauen mal hier alleine Wahnsinn das heißt es kann Knochenwachstum stimulieren es kann Schmerzen lindern es kann Entzündungen reduzieren aber auch das ist noch lange nicht alles es wurden ja Studien gemacht dass es eine Antitumorale Antibakterielle Eigenschaften hat Blasenfunktionsstörungen vermittelt Hauterkrankung und 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 was ganz wichtig ist wie bei CPD zeigt das CPG auch Vorteile bei Stress Angstzuständen und Depressionen und dass das momentan ein Riesenproblem ist glaube ich brauche ich Ihnen zu erzählen also deshalb ist unser Aloe Cannabis nicht zu toppen also ich habe noch keinen gehört wo CPG benutzt und meistens immer CPD und da muss die Möglichkeit sagen da können wir mit breiter Brust nach draußen rennen fast ja schon und die Leute Schalou machen weil das ist ein Produkt das ist mega und da steht es auch nochmal CPG ähnelt aber einige Untersuchungen zeigen dass es möglicherweise sogar noch wirksamer ist und das ist schon der Hammer also hier zum Beispiel MRSA und so weiter und so fort also mega mega Produkt auch das finden Sie alle es ist alles 100% Natur es ist alles nicht gefährlich und wir haben tolle tolle Aktionen natürlich immer wo Sie wirklich noch sparen weil Aloe ist ganz wichtig eine Flasche wird Ihnen nichts bringen weil es ein Prozess was im Körper durchlaufen muss man sagt ja nicht umsonst mindestens drei, vier, fünf Monate sollte man natürlich am Stück mal so eine Kuh machen damit es überhaupt was im Körper bewirten kann und da nochmal eins on top gemacht das heißt auch da freue ich mich schon sehr drauf ab Dezember haben wir sogar auch Masken für Sie und Ihnen mit Aloe und Cannabis also das mega Geschenke auch für Weihnachten mega mega Treatment für Kosmetika natürlich also seien Sie wirklich gespannt ich bin mir ziemlich sicher die werden natürlich wieder mega sein ja und ganz neu und endlich mal seit dem Event haben wir unser Family Park ich weiß nicht ob Sie es schon bestellt haben ich habe schon mittlerweile hier zwei ich finde das so tolle Geschichte so eine tolle Idee schauen Sie mal was für eine wunderschöne Box ja ich sage es noch einmal verschenken Sie Gesundheit wünschen Sie nicht nur machen Sie es auch mit Taten und das ist finde ich ein toller Weihnachtsgeschenk ein tolles Geschenk natürlich für mich selber für die Familie ein toller Vorfunkoffer natürlich mit dem können Sie zu jedem nach Hause kommen jedem die Produkte präsentieren super Aufmachung finde ich und deshalb haben wir natürlich auch hier einen tollen super Einkaufspreis mit Punkten natürlich und Bonuspunkten aber auch das Geniale dass sogar auch Ihre Kunden gerne gerne zuschlagen können das heißt wir haben auch einen Kundenpreis und somit auch das Produkt im Shop ja was haben wir noch wir haben Aloe Rescu Spray mein Gott wir haben so wenig Produkte und doch so viele schauen Sie mal also auch ein Produkt was seinesgleichen sucht wo wirklich ja einfach besondere Inhaltsstoffe hat wo bei Verbrennungen bei verschiedenen ja Problemchen helfen kann ich habe es jetzt einfach mal hier zusammengefasst vielleicht können Sie es abfotografieren also auch da von A bis Z ist natürlich auch nicht nur Medizin sondern auch mehr als Hautpflege gedacht Ohren Sonnenbrand Ohrenschmerzen als Heiserkeit bis Sie das gerade brauchen können Schnupfen Heuschnupfen und so weiter und so fort also ein tolles Spray was wir auch natürlich im Programm führen und da natürlich und da müssen Sie sich natürlich ein bisschen Zeit nehmen wenn Sie mal Lust haben mal reinschauen in diese Filme was alles Aloe Vera bei uns so kann wir haben nämlich nicht nur Getränke sondern wir haben wirklich 100% Aloe das heißt wirklich von der Plantage Blatt abgestellt weil das Blatt brauchen wir nicht aber dieses Filet einmal hier in dieser Dose am Stück eingewickelt mega oder als Würfel das heißt wirklich Sie essen 100% Aloe können Sie mal vorstellen mehr geht nicht mehr das bietet kein Unternehmen momentan auf dem Markt in dieser Form also das ist wirklich Wahnsinn damit können Sie kochen damit können Sie sich pflegen also all das wie gesagt bitte bitte einfach sich mal die Filme anschauen Ideen holen da gibt es ohne Ende wirklich tolle Idee und natürlich was wir wieder im Programm haben Gott sei Dank Gott sei Dank natürlich fehlen uns dann ein paar Produkte die kommen jetzt Ende November die sind natürlich unsere Pflegelinie die seinesgleichen suchen die wirklich ja nicht nur irgendwie befriedigend gut wirklich exzellent erhalten haben von Dermatest und da haben wir wirklich einmal für Damen natürlich für die Herren eigentlich alles abgedeckt was unsere unsere tolle wundervolle Gesichtshaut benötigt einmal ein Mezellenwasser was reinigt einmal ein Megas Firmen Serum einfach ein Glow Buster was strafft sofort man sieht zum Beispiel auch hier wurde behandelt in einer kurzen Zeit nur mit dem Mezellenwasser mit dem Serum und wo wirklich in allen Produkten dieses 24 Colloidales Gold drin ist das ist einmalig und das ist das Geheimnis in den ganzen Erfolgen bei uns wir haben eine Mega Augencreme also die wirklich also da muss ich sagen da muss man lange suchen bis man wirklich so ein Produkt findet in dieser Form was wir anbieten dann also hier zum Beispiel und das ist für mich wichtig ich bin immer so ich möchte gerne Beweise haben und Sie wahrscheinlich auch und schauen Sie mal was uns da unsere Partner Kunden zugeschickt haben sensationell also in der kurzen Zeit wie sich da was verändert der Hammer genauso hier aber auch natürlich zwei Produkte für den Mann ich meine es gibt viele Männer die wollen da nicht tausend Sachen haben die wollen ein Produkt und für alles das heißt wir haben einmal hier einen Gel Cleanser der die Haut reinigt der beruhigt der kühlt der wirklich sofort die frische Reinheit gibt und dann einfach eine 24 Stunden Creme die wirklich glättet die Feuchtigkeit gibt die beruhigt und einfach schön aussehen lässt und fertig also wirklich probiert die Sachen aus einmalig und diese Gold Creme 24 Stunden Cellulite wie gesagt möchte ich gerne jetzt nicht erwähnen weil sie einfach noch nicht zu bestellen ist da beim nächsten Seminar oder Webinar werden wir auch darüber reden können ja und dann natürlich auch wieder zurück am Anfang haben wir das Produkt gehabt dann war es ja leider weggegangen und ist wieder da unser Facelift also wirklich Sie sehen es ist entweder als All-Ober-Serum zu nutzen oder einfach als punktuell sprich in zwei Minuten zehn Jahre jünger aussehen das geht das geht und das ist ein Hammerprodukt und wir haben wirklich einen Menschen einen Arzt der der glaube ich bekannt ist aus dem Fernseher und jetzt hoffe ich dass es auch funktioniert hören Sie mal selber her oder hin was er zu sagen hat Hallo mein Name ist Dr. Volker Rippmann ich bin Plastischirurg in Köln und Berlin und möchte Ihnen heute ein Produkt ans Herz legen wir konnten vor einigen Wochen in unserem Praxen das sogenannte Two-Face Lift ausprobieren von der Firma Fairway und ich muss Ihnen sagen ich habe den ganzen Tag mit Falten zu tun das Produkt ist wirklich einzigartig ich habe sowas noch nicht gesehen Falten rund um die Augen rund um den Mund verschwinden innerhalb von zwei bis drei Minuten ich kann Ihnen dieses Produkt wirklich nur ans Herz legen wir haben exklusive hochwertige Ingredients und dieses Produkt ist wirklich einzigartig auf dem Markt sowas habe ich noch nicht gesehen und bin gespannt wie Sie das finden Genauso ist es wirklich ich bin auch gespannt wie Sie es finden aber das Ding ist wirklich der Burner was Sie da draußen für solche für so eine Spritze die Spritze ist natürlich keine ist ein Serum Sie werden so viel Geld bezahlen müssen und wahrscheinlich nicht mal die Qualität haben werden die jetzt wirklich hier drin steckt Sie sehen Sie können es lokal behandeln Sie können es als Serum komplett fürs ganze Gesicht behandeln also wirklich Wahnsinn und ja nichts Besseres auch natürlich da wieder als die Beweise die wir jeden Tag geliefert bekommen mega 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 schauen Sie mal hier da denkt man ja sie ist vom OP-Tisch gesprungen nein das war alles unser Facelift also das Produkt wirklich sucht seinesgleichen wir haben sogar auch Schönheitskliniken mittlerweile damit gewinnen können als Partner die wirklich wirklich da auch ihre Kunden damit versorgen ja dann von der Schönheit hin kommen wir zur Reinigung da manche denken wie geht das warum das habe ich auch damals gedacht aber mittlerweile ja weiß ich auch warum das Produkt bei uns auch Platz hat weil wirklich ja so viele Reinigungsmittel da draußen gibt die wirklich einfach krank machen die wirklich überhaupt nichts taugen wo man nicht drüber nachdenkt aber das Problem ist einfach eins egal wie geputzt werden muss und deshalb haben wir wirklich auch da einen riesen Markt glaube ich den wir da abdecken müssen und sollen und zwar meistens wenn Sie jetzt ein bisschen drüber nachdenken und schwingt mal an Ihr Baddenken oder wo immer eure ganzen Sachen stehen wie viele Dosen hat man zu Hause also ich glaube 10 bis 15 locker für jedes einzelne und das können Sie wirklich ab jetzt vergessen wegtun verschenken wegschmeißen die meisten taugen ja sowieso nichts haben ihren Totenkopf da drauf oder sonst noch was gefährliches und jetzt wirklich alles in einem nämlich unser ProClean Konzentrat erstens pure Natur also besteht wirklich wie Sie sehen aus Palmen Kokos Zuckerrüben Zuckerrohr Grapefruit Macadamia Nuss Hamamelis Aloe Vera unglaublich und doch ne faszinierend dass sowas überhaupt geht also ein Garant für Umweltverträglichkeit auch da ist ja wichtig es geht ja wieder ins Grundwasser also tun wir ein Stück weit viel für unsere Umwelt und für unsere Nachkommen und das ist wirklich gebrauchsfertig beim Einsatz oder für Einsatz bei schweren Verschmutzungen und bei den leichten Verschmutzungen es ist wirklich muss man es verdünnen also das Produkt reicht in ewig und putzt wirklich alles von A bis Z ob es dann Böden sind Bäder Gläser alles Sie sehen alles alles selbst Gartenmöbel Backofen Wohnmobile Felgen Boote also Sie können ja vorstellen wie viele wieder Menschen Sie da draußen jetzt als Potenzial haben die sie ansprechen können alleine wegen diesem Produkt wir haben viele Reinigungsfirmen gewinnen können die genau wissen wenn sie das Produkt anwenden werden ihre Mitarbeiter in den Längen erhalten weil sie einfach auch nicht krank werden weil viele denken immer Handschuhe ist alles nein das meiste geht ja über Atem und deshalb wird man wirklich krank wenn man lange Zeit diese ätzenden Sachen einatmen muss und deshalb weg damit ProClean ist die Lösung Sie schauen mal hier wir haben auch da viele viele Beweise es funktioniert es funktioniert und das ist das A und O es funktioniert es reinigt und ich gebe ja auch immer wieder in die Gruppen und auch da möchte ich Sie bitten falls Sie wieder tolle Erfahrungen haben her mit den Bildern ja und ein großes Thema zum Schluss ist natürlich auch bevor wir zu den zu den Möglichkeiten kommen was Fairweb an Geldverdienen bietet ist natürlich auch Thema und das können wir einfach nicht leugnen da sind wir mittendrin elektromagnetische Strahlung ich meine es ist einfach Wahnsinn mittlerweile wie Menschen verstrahlt sind schauen Sie mal es ist wirklich unglaublich Wahnsinn es ist nichts zu Hause was nicht strahlt selbst die Kaffeemaschine selbst der Herd alles wirklich alles alles ist irgendwie mit Strahlung verbunden und das Schlimme ist natürlich ja man sagt ja nicht umsonst der Großversuch an Menschen und Umwelt ist ja diese Geschichte mit dem 5G da wir Telekom eine mega Werbung macht und dieser neue iPhone 12 mit 5G alles schön und recht wir brauchen ein schnelles unter dem Internet keine Frage aber was wir natürlich dafür opfern das ist vielen noch gar nicht bewusst das heißt natürlich kann man das nicht verhindern natürlich werden wir es annehmen müssen aber wenn sie sich nicht schützen haben wir einfach ein Problem und das gibt tausende Beweise dass wirklich es viel viel mehr an Krebs zu nehmen wird an weiß Gott was allem die Menschen wirklich krank werden durch diesen diese Strahlungen gerade dieses 5G Sie sehen hier unten 4G war ja schon schlimm genug da hat man 78.000 Antennenmasten gebraucht 5G Ausbau 10 mal so viel fast das ist Wahnsinn und dann denken Sie ja nicht bei Ihnen ist es noch nicht so weit da gehen Sie mal auf diese Seite ich war schockiert in der Zeit wo wir uns mit Corona beschäftigt haben wurde fleißig 5G ausgebaut Wahnsinn schauen Sie also alles was so dunkel hier Bordeaux ist ist alles schon 5G Wahnsinn und deshalb bitte bitte tun Sie selber den Gefallen und holen sich diese Hexacard die ich jetzt vielleicht ein bisschen so in meine Kamera zeige weil ich bin so froh und dankbar dass ich diese Karte habe aber schauen Sie kurz diesen 2-minütigen Film an In der heutigen Zeit sind wir rund um die Uhr von elektromagnetischer Strahlung umgeben dies kann das Handy in der Hosentasche das WLAN zu Hause Steckdosen Bildschirme Starkstrommasten oder auch der Sendemast nebenan sein all jene Dinge haben etwas gemeinsam sie hüllen uns in eine Wolke aus Strahlung die unseren Körper belastet und ihm langfristig beträchtliche Schäden zufügt diese Schäden können von Schlafproblemen oder Müdigkeit bis hin zu ernstzunehmenden Systemerkrankungen des Körpers reichen denn elektromagnetische Strahlung wird als Kanzerogen eingestuft das heißt es ist möglich durch diese Strahlung an diversen Tumoren zu erkranken die Wissenschaft ist sich aber einig dass unser Erbgut vor allem in der frühkindlichen Phase sich verändert und die Positionierung bestimmter Gene sich verändern doch wie ist es möglich sich vor der Gefahr der elektromagnetischen Strahlung und dessen Auswirkungen zu schützen mit dieser Frage haben sich Forscher intensiv beschäftigt nach zahlreichen Recherchen Analysen und Untersuchungen haben sie letztendlich die Lösung gefunden die Hexacard durch ein technisch höchst aufwendiges Verfahren wird das entstandene Granulat bei mehr als 2000 Grad Celsius mit seltenen Erden sowie Millionen Jahre alten Fossilien und Gesteinsmaterialien verschmolzen und über mehr als sieben Stunden mit hochreinem hexagonalem Wasser wieder abgekühlt verpackt in edlem Carbon ist die Eigenschaft zur Neutralisierung von elektromagnetischen Strahlen ausreichend geschützt und stabil genug um seine lebenslange Wirksamkeit für immer entfalten zu können eine aus Granulat bestehende Hexacard in Form einer Visitenkarte ist durch ihre im Herstellungsprozess gewonnene Fähigkeit in der Lage elektromagnetische Strahlung im Radius von mehr als 3 Metern zu neutralisieren ein Leben lang durch ein Institut für Strahlung konnte die Wirksamkeit der Hexacard bestätigt werden wodurch es ihnen jetzt möglich ist diese einzigartige Form des Schutzes zu sich nach Hause zu holen die Hexacard das Mittel im Kampf gegen die Strahlung investieren sie einmalig für sie und ihre Familie ganz genau und das ist bewusst einmalig weil das ist wirklich Leben lang dieser Strahlungsschutz besteht Leben lang einer des Urgesteins ist ja Schungit ich weiß nicht ob Sie es vielleicht nachgoogeln möchten Schungit ist ja von Natur aus dafür bekannt dass es ja Strahlungen eben abschottet neutralisiert und ja da gibt es natürlich solche Schungiträume wo man ja auch sich reinsetzen kann und da wirklich mal sich freischaufeln kann von dieser Strahlung sozusagen und einer wie gesagt das hauptsächliche Urgestein Schungit ist auch in dieser Karte drin ja das natürlich funktioniert wollten die natürlich wissen die Hersteller haben wirklich einfach auch schauen Sie mal hier mit Kresse mal Beispiele getan gemacht und schauen Sie mal nichts also ich glaube für mich kein besserer Beweis wo man sieht wie Kresse wächst mit also wirklich also eingeschaltenen Router und einmal drunter Hexacard drauf und drunter gesetzt oder halt Hexacard da drauf halt eben dann die Kresse und einmal ohne die Hexacard und Sie schauen mal wie schön es mit Hexacard wächst wie harmonisch und wie wild und durcheinander ohne die Hexacard hier kann man es noch besser sehen nach sieben Tagen schauen Sie mal also wenn das kein Beweis ist dann weiß ich auch nicht permanente Bestrahlung hier mit Hexacard schön harmonisch dichtes Wachstum sichtbar und hier ohne die Hexacard dasselbe das gleiche mit permanenter Bestrahlung schauen Sie mal total gestört und genau so geht es in unserem Körper zu wenn wir permanent an diesen Strahlungen immer halt ja oder bestrahlt werden und das ist halt leider so jeder sitzt zu Hause jetzt vor dem Homeoffice vor der Glotze die Kinder haben ihre Handys ihre iPads Wahnsinn was da auf uns zurollt und deshalb bitte 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 nehmen Sie dieses Thema ernst das ist dieser Testbericht von dem wurde ja gerade eben erzählt also das ist wirklich so es funktioniert das wurde getestet von der Firma PowerColor international und hier steht es auch nochmal ganz wichtig hier steht auch was alles getestet worden ist am Ohr und was nicht alles und für mich ist es halt wichtig mal auf die Stelle zu zeigen ich habe es so ein bisschen gelblich markiert das Prüfmuster hat den Testbestand sogar besser als erwartet hier steht es ja deutlich überschritten es funktioniert und Weihnachten steht vor der Tür wenn Sie wirklich was Schönes schenken möchten oder vielleicht Ideen geben wollen zu verschenken bitte eine einmal die Family Pack und einmal die ExaCard genau also wirklich und alles das nochmal zu untermauern vielleicht nochmal nachzulesen nachzuschauen bitte bitte machen Sie sich einfach eins ob heute Abend oder die nächsten Tage gehen Sie bitte auf Fairway YouTube Kanal oder auf meinen Channel oder in Ihr Backoffest da gibt es glaube ich weiß nicht knapp 60 Videos wo jedes Produkt kurz lang erklärt wird besser geht es nicht mega und die können die ganzen Videos nutzen und versauen 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 weil das ist was wir noch erreichen müssen wir sind auch junges Unternehmen uns kann noch nicht jeder kennen aber wenn alle an einem Strang ziehen jeder darüber spricht über die Chancen über die Produkte über die Möglichkeiten da werden wir alle gewinnen wirklich da werden wir super schnell wachsen weil die Firma gibt es nicht nur im Bereich Produkte natürlich im Bereich Vertrieb weil unser bestes Produkt ist und bleibt Marketingplan weil damit ändern wir Menschenleben damit ändern wir vieles und dann ist alles andere ja zweitrangig sage ich mal und deshalb bitte 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 nutzen Sie das nutzen Sie die Filme die sind für Sie kostenlos von Fairway zur Verfügung gestellt worden ja dann sind die ganzen Produkte natürlich in einem Katalog zu finden momentan ist er online in anderthalb zwei Wochen wird es dann natürlich auch als Printmittel im Onlineshop bestellbar sein also deswegen ein bisschen Geduld aber online werden Sie dann natürlich auch haben können im Moment da ja eh alles online läuft ist es wahrscheinlich sogar auch von Vorteil dann haben wir eine Wissensdatenbank bei fairwayservice.fairway.ch oder .com da können Sie alles nachlesen was die Produkte angeht Sie können sich gerne auf meine Seite gehen hl-lifestyle.de ein Passwort unter dem Team anfordern da haben wir auch alle vorher nachher Bilder gerade zum Thema to face und 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 gesammelt wo Sie auch alles nutzen dürfen genau kurz zu dem Produkt was ich am Anfang erwähnt habe weil da müssen wir uns ein bisschen gedulden da laufen jetzt auch nächste Woche auch die Schulungen ich meine da sind wir doch wirklich wieder on time ich möchte jetzt nur hier erwähnen warum damit Sie nicht zu voreilig sind und nicht sich irgendein Gerät jetzt da draußen kaufen und das bereuen weil das ist Premiere was fairway hier anbietet oder was da kommen wird dieser multifunktional let's smart purifier Gerät das heißt ja momentan alle Munde natürlich auch die ganze Regierung ist ja Alternativen suchen was man in Schulen machen kann was man natürlich in Betrieb machen kann wie kann man die Luft reinigen wie kann man sich von Virenbakterien schützen und das ist wirklich so ein Luftreiniger der jetzt fairway also nicht nur aber Haupt natürlich Ziel oder Hauptthema wird ja natürlich der Luftreiniger sein der Aktivkohle mit UVC und Ozon kombiniert was wirklich bis zu 50 Quadratmeter pro Raum reicht was wirklich auch bewiesenermaßen da gibt es natürlich TÜV Beweise Zertifikate und so weiter und so fort was wirklich dann die Luft von Viren Bakterien Schimmel Schimmel Allergien Hausstaub Melken Gerüchten befreit was einfach wirklich alles desinfiziert was einfach durch diese UVC-Strahlung und Aktivkohle Filter passieren wird eigentlich ist das komplett wartungsfrei bis auf diese Aktivkohle die man alle vier Wochen tauschen müsste Verfügbarkeit ich sag jetzt mal Januar 2021 wenn es früher kommt ist super aber einfach mal so grob circa Januar 2021 es ist wirklich Weltneuheit es ist auf jeden Fall konkurrenzlos es gibt auch natürlich eine Schulung für die Teilnehmer wie gesagt die erste läuft ja schon nächste Woche wo ich glaube ich keine Ahnung wie viele sich angemeldet haben das ist wirklich wirklich eine Sensation es ist patentiert es ist wirklich einzigartig es kommt ja noch dazu dass es ja nicht nur den Raum reinigt sondern es wird auch ihre Masken reinigen innerhalb von 10 Minuten ihre Schlüssel ihr Geld all das so eine Platte oben die dann wirklich noch dazu aufgebaut worden ist um einfach diese Sachen alle zu reinigen es ist mein Augentraum weil ich muss jede Woche die Masken waschen oder sogar die zweimal pro Woche von den Kindern und das ist schon immer Arbeit und das ist natürlich genial und selbst da weiß ich nicht ob das alles raus ist mit dem Waschen und so können wir das hin tun und fertig ja das Gerät ja das Gerät wird so 1499 Euro kosten VK und das Schöne ist natürlich klar Ratenzahlung ist auch oder wird möglich sein da sind sie mit Klarneiz in Verhandlungen und ja das ist wirklich ein Hammerpreis für das was da draußen so man zu finden hat oder gefunden hat wir hatten ja das Thema mit der Schule schon vorher wo wir gesucht haben was können wir machen mit so V-Filter damit wir da mal ein bisschen der Schule helfen können und damit nicht jedes Mal die Fenster aufgeschlagen werden müssen bei der Kälte und schauen sie mal also was wir da gefunden haben ja stolzer Preise also da geht es ab 2600 netto los und das ist wirklich nur UV-Schutz UV-Filter nicht Schutz UV-Filter und nicht noch das und das und das nur damit sie mal sehen wo wir uns bewegen werden sie werden hier riesen riesen Erfolge haben können wenn sie natürlich dann auch diese Chance nutzen und natürlich promoten aber wie gesagt da kommen noch Informationen genau das waren jetzt mal so die Produkte alles schön und recht und gut aber die müssen ja an den Mann und an die Frau gebracht werden mit denen wollen wir ja auch Geld verdienen und jetzt ist natürlich wichtig zu wissen was können wir alles tun wie kann ich überhaupt jetzt bei Fairway Geld verdienen ich hoffe ihr seid dann alle da und alle noch wach und ja ganz einfach im Prinzip wie wird man eigentlich Markenbotschafter bei uns und das ist eigentlich eine ganz einfache Lösung ganz schnell getan indem man sich registriert aber das zuerst würde ich gerne mal einfach mal auch das noch anschneiden damit es noch mal bewusster wird was für eine Chance in der Hand haben was für eine risikolose Chance sie in der Hand haben schauen sie mal gehen sie mal her und schauen sie mal die herkömmliche Unternehmensgründe an jeder der jetzt hier selbstständig ist wird mir das bestätigen können wenn ich sie jetzt live vor mir hätte ja da sind 50.000 gar nichts weil wenn sie sich überlegen sie mal ob sie jetzt Kosmetiker sind ob sie Friseur sind ob sie sonst noch ein Unternehmen gründen da brauchen sie so viel Kapital um da überhaupt mal ins Laufen zu kommen und wenn ich es jetzt fragen würde haben sie hier Garantie auf Erfolg nein keiner kann ihnen garantieren dass sie hier erfolgreich werden am schlimmsten Fall sind sie pleite wenn es blöd läuft und das ist der Unterschied zu dem Network Marketing Unternehmen das ist ja dieser Prozess im Kopf was passieren muss bei den meisten da draußen man muss nicht immer denken ich bin selbstständig und ich kann nur erfolgreich werden wenn ich ein Lager habe wenn ich Personal habe wenn ich das habe und dieses habe es ist vorbei das ist wirklich die Vergangenheit die Zukunft oder die moderne Selbstständigkeit nennt sich ganz anders nennt sich eigentlich Network Marketing weil sie brauchen eigentlich kaum Kosten und das findet oder das zeigt ja auch Fairway meine Güte das ist ja das Problem am Anfang den Selbstständigen rüber zu bringen dass man wirklich mit 99 Euro zumindest schon dabei sein darf das ist ja schon der Hammer das heißt welches Risiko fahren sie denn jetzt hier gar keins sie haben sogar für die 99 Euro keine Lizenz bezahlt sondern sie haben die Möglichkeit die freie Produktwahl die sie selber entscheiden sie können jetzt hergehen und sagen okay ich möchte gerne jetzt das Produkt probieren das Produkt probieren und das Produkt probieren nach oben keine Grenzen mindest 99 Euro und das bereits schon zum Einkaufspreis wie genial ist das und das werden sie ich glaube nirgendwo finden dass sie so eine Chance bekommen hier bei Fairway dann gibt es natürlich den Profi-Einstieg natürlich ist es jetzt die meisten die vielleicht so ein bisschen vorsichtiger sind und ein bisschen klein starten wollen absolut kein Problem aber es wird auch die Menschen geben die natürlich sagen okay ich möchte gerne professionell starten weil es ist auch klar dass ich natürlich mit einem Produkt nicht erfolgreich werde wenn dann möchte ich das ganze Portfolio und das ist nun nichts da es wird demnächst kommen weil da fehlen noch diese Kosmetiktaschen aber vielleicht nur ein zwei Wochen dann haben wir diesen Profi-Einstieg schauen Sie mal galaktisch alle Produkte alles da mit Katalogen mit Broschüren und ja da haben Sie wirklich komplettes Programm für 699,90 Euro mit Megapunkten und Bonuspunkten ich meine selbst hier wenn alles schief laufen sollte haben Sie hier Produkte die Sie nutzen können die Sie verschenken können die natürlich normalerweise viel höheren Wert haben als sonst was das ist so genial und das ist das was ich sagen möchte das ist einfach super das heißt keiner keiner wird hier verlieren dann haben Sie dabei schon inkludiert Homepage Webshop aber alles personalisiert E-Wallet professionelles Backoffice und sofort 30% auf alle Produkte die Fairway haben wird und hat das ist doch wirklich eine Ansage und was Sie nachher daraus machen entscheiden Sie das heißt Sie müssen sich Ziel setzen und wir haben für jeden ein passendes Modell dabei weil es gibt viele Menschen die wollen vielleicht einfach nur Partner werden zum Sparen die anderen sagen just for fun ich möchte 500 bis 1000 Euro nebenbei dazu verdienen um ein bisschen mehr Lifestyle ein bisschen mehr Luxus zu leisten und dann wird es Menschen geben die sagen ich habe so keinen Bock auf meinen Job oder ich weiß nicht wie sicher der ist und wirklich als Ziel sich setzen erinnertes Tages hauptberuflich natürlich nicht sofort bitte ja nicht den Job kündigen sondern parallel so wie ich aufbauen und erst wenn Sie dann hier doppelt so viel verdienen wie in Ihrem Einkommen wie in Ihrem Job dann kann man sich überlegen vielleicht auch die Hauptberuflichkeit anzusteuern und dann gibt es wieder Menschen das bin ich gewesen oder auch viele von Ihnen die sagen ich möchte finanziell unabhängig werden was auch immer das für jeden bedeutet ich möchte jeden Tag aufstehen und niemals mehr Gedanken und Sorgen machen über Geld oder sonst noch was und das haben wir hier das ist einfach alles in einem Karriereplan geregelt und hier wird nicht gefragt was für Zeugnisse haben wie alt sie sind männlich weiblich herkunft nichts hier zählen Sie als Mensch und hier zählt Ihre Leistung und wie fair ist das wenn ich nur daran denke dass in der heutigen Zeit im 21. Jahrhundert es immer noch zwischen Mann und Frau unterschieden wird das heißt die Frau beim gleichen Job weniger verdient als ein Mann da könnte ich explodieren und das ist nicht fair und deshalb wirklich Network Marketing oder Fair Way heißt der Name schon Fair der faire Weg und deshalb wirklich Karriereplan das ist unser Bibel das ist unser bestes Produkt und bitte bitte studieren Sie den ich werde natürlich kurz anreißen aber ich kann natürlich jetzt eigentlich nicht ins Detail gehen aber damit Sie ein bisschen verstehen würde ich kurz erklären was haben Sie für Möglichkeiten erste Möglichkeit Sie dürfen sparen wie cool ist das Sie registrieren sich werden Partner und haben ab sofort ihr Leben lang 30% Ersparnis plus bis zu 22% Cashback on top Beispiel so Sie haben eine Preisliste ich habe jetzt die 20% weggetan weil die sind jetzt weggefallen wir haben jetzt sofort 30% Beispiel Sie haben jetzt ja Sie haben sagen jetzt wow ich will die Hexerkarte haben ich will sie haben für mich meine Liebsten so normal kostet die 239 Euro wenn sie als Kunde kaufen würden aber Sie sagen nö ich registriere mich jetzt bei der Frau Löwenstein bei der Frau Vechter bei der Frau oder beim Herrn Schäfer wie auch immer der hier drin ist so und holen wir das Ganze zum Einkaufspreis sprich Ihre Karte kostet Sie sofort nur noch 167 Euro Hammer plus on top 200 Karrierepunkte sprich Cashback Bonus das kennen die meisten vielleicht vielleicht wenn Sie so eine eine Karte haben diese Payback Payback Karte genau das ist ja auch nichts anderes wie Punkte sammeln und das ist bei uns genauso Sie bekommen nicht nur 30% sondern Sie erhalten noch bis zu 22% Cashback Bonus also wirklich Bares wieder auf Ihr E-Bullet zurück das heißt wichtig ist so bei uns da wir ja natürlich international arbeiten haben wir brauchen wir ja eine Einheit und bei uns ist die Währung sage ich mal Fairway Währung sind die Karrierepunkte und bei uns ist es so 1 zu 1 also 1 Euro netto ist ein Karrierepunkt und merken Sie sich eine magische Zahl 500 also wenn Sie innerhalb von 28 Tagen 500 Karrierepunkte gesammelt haben oder weil Sie jetzt zum Beispiel 2-3 Karten sofort gekauft haben für Ihre Liebsten hätten Sie ja schon bei 3 Karten 600 Karrierepunkte hätten Sie sofort 8% nochmal Ersparnis dazu wie genial ist das erste Möglichkeit so sparen zweite Möglichkeit Geld verdienen durch weitere Empfehlungen so und das passiert glaube ich so unbewusst wie sonst noch was genau das kommt was ich am Anfang erzählt habe wo Sie jeden Tag machen wofür Sie nicht belohnt werden Sie empfehlen jeden Tag Serias Restaurants Kinos Handys und 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 wo Sie nichts haben hier werden Sie plötzlich merken wie toll es es getan hat Sie haben plötzlich Dittix getrunken Sie haben plötzlich das genommen plötzlich wurde Ihnen das besser plötzlich fühlen Sie sich wohler plötzlich haben Sie mehr Leistung und 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 erzählen das weiter und die Leute sagen wow cool will ich haben und dann können Sie hergehen und sagen okay ich verkaufe die Produkte oder empfehle die Produkte weiter das heißt was das heißt für Sie Sie bestellen logischerweise zum Einkaufspreis verkaufen weiter zum Verkaufspreis das heißt Sie haben eine Gewinnspanne von 30% sofort wie genial ist das mit wirklich mit welchem Aufwand mit welchen Kosten das heißt fragen Sie jeden Selbstständigen ob 30% viel oder wenig ist er wird Ihnen sofort sagen um Gottes Willen es ist fast unvorstellbar es ist wahnsinnig viel plus natürlich wieder dazu Cashback Bonus sprich egal ja für wen Sie bestellen sobald Sie die Bestellung ausführen haben Sie Karrierepunkte das bedeutet Beispiel mal angenommen Sie würden jetzt loslegen und wirklich das Weihnachtsgeschäft mitnehmen und kaufen bei Fairway für 2000 Euro ein hätten Sie jetzt 30% sind 600 Euro sofort Cash von den Kunden quasi plus zusätzlich bei 2000 wären wir dann bei 15% das heißt noch zusätzlich on top auf Ihr E-Wallet würden nochmal 300 Euro fließen schauen Sie mal mit ein bisschen Aufwand hätten Sie 900 Euro pro Monat verdient Hammer fragen Sie mal oder weiß nicht ob Sie das wissen wie viele Menschen da draußen 900 Euro verdienen monatlich für einen ganzen Monat harte Arbeit und das machen Sie nebenbei mega 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 also diejenigen die sagen ich möchte Spaßgeld haben natürlich können Sie auch wirklich nur hergehen und nur die Produkte weiterempfehlen und fertig wie gesagt auch hier der Cashback Bonus immer dasselbe ob Sie auf eigene Produkte oder eben auf die Produkte Sie weiterverkaufen ist ja immer dieselbe Tabelle so das heißt was sollten Sie eigentlich jetzt tun das hier selber Produkte probieren weil der erste Kunde natürlich sind Sie immer selber weil wenn Sie nicht begeistert sind dann brauchen Sie es auch nicht weiter zu empfehlen weil das wird eh keiner sehen und glauben Erfahrung Austausch Stammkunden aufbauen jetzt natürlich Produkte verschenken ich meine wir haben Weihnachten ich meine jeder normalen Menschen der selbstständig ist eine Firma hat und Produkte hat würde doch eins niemals tun zum Konkurrenten gehen und von dort die Produkte verschenken oder jeder wird es von seiner eigenen Firma machen und genauso ist es hier Sie haben ja Ihre Firma Sie sind bei Fairway und deshalb wäre es doch fatal da keine Produkte von Fairway zu verschenken und wenn Sie nicht wissen ob die Person das oder das Produkt mag ja dann holen Sie sich mal die schönen Gutscheine oder machen Sie eigene Gutscheine verschenken Sie eine Summe X legen noch ein paar Flyer dazu einen Katalog und fertig und Sie werden sehen die Menschen werden es Ihnen danken und deshalb weitere Empfehlung ist eigentlich super einfach total läuft nebenbei Sie brauchen da gar keinen großen Aufwand dafür natürlich können Sie Watchpartys jetzt online machen natürlich können Sie online Weihnachtsbasar machen warum nicht um einfach mal sich hinstellen ein bisschen Produkte zeigen ein bisschen Produkte erklären und so verkaufen okay das ist die zweite Möglichkeit ich hoffe soweit verstanden so und die dritte Möglichkeit ah ja genau bevor ich zu der komme natürlich na klar natürlich in Reutlingen würde ich jetzt die Menschen nach vorne rufen am besten umarmen in der Pandemiezeit auf Abstand aber natürlich würde ich die gratulieren aber das ist jetzt nicht möglich deshalb hier online schauen Sie mal wie viele Menschen bei uns wirklich in die Top 10 gekommen sind wie viele Menschen über teilweise 1000 Karrierepunkte geschafft haben in einem Monat sensationell deshalb an alle hier wirklich herzlichen Glückwunsch ich bin mega stolz auf euch ihr seid wirklich wirklich super und ja am besten haltet ihr die Position gibt die nicht mehr her Frau Eckel mega number one im Oktober ich bin gespannt wer es im November wird also nochmals herzlichen Glückwunsch auch genauso unser Club 1000 ich hoffe die Neuen möchten da gerne auch rein das heißt jeden Monat gibt es ja den VIP-Club und da kommen auch alle mit rein die mindestens 1000 Karrierepunkte geschafft haben in einem Monat und ja das waren auch wie Sie sehen einige trotz Pandemie trotz komischen Situationen haben wir es online geschafft so viel Umsatz zu machen also auch da nochmal herzlichen Glückwunsch an alle ihr seid einfach klasse genau aber wie gesagt das ist der Verkauf was auch super ist aber auch beim Verkaufen wird es natürlich stagnieren weil Sie ja nicht mehr als 24 Stunden verkaufen können Sie können natürlich Ihre Zeit nicht duplizieren und deshalb alle die die sagen ich möchte gerne mehr ich möchte gerne wirklich passives Geld verdienen ich möchte gerne auch wenn es manchmal nicht läuft ich nicht kann ich im Urlaub bin ich trotzdem Geld bekomme sozusagen im Schlafen wenn man das schön sagt und das ist natürlich dann durch Verkaufen schwierig und deshalb gibt es das Teamaufbau und deshalb hier bitte wirklich seien Sie nicht geizig verdienen Sie wirklich durch Strukturaufbau durch Netzwerk durch wirklich das dass Sie Ihr Business mit anderen Menschen teilen sprich nicht an die Menschen weitergeben verkaufen sondern wirklich die Menschen an Ihr Netz binden und sagen pass auf hey come on spar du dein Geld ich spare meine Zeit und wir haben beide was davon oder come on du hast noch Wünsche Ziele du hast noch Lust auf ein neues Leben oder auf das und dieses auf Reisen ja komm ich habe eine Chance ich gebe dir die Möglichkeit hör mal zu so und irgendwann mal haben Sie zwar auch Ihre fünf Stunden nach wie vor Arbeit pro Woche aber irgendwann werden Sie nicht für die fünf Stunden bezahlt irgendwann mal wird es so sein wie bei mir werden Sie bezahlt für 500 für 1000 Stunden warum weil Sie ein riesen Netzwerk aufbauen und ob der Umsatz von direkten Menschen kommt oder aus der Tiefe ist bei Fairway völlig egal Sie werden wirklich nach dem Marketingplan von jedem immer profitieren und das ist in meinen Augen unvorstellbar mega und das ist genau das was mich so fasziniert hat an diesem Seminar damals ich habe auch nicht alles verstanden aber dieser Satz der konnte mich nicht mehr also den konnte ich nicht mehr loslassen weil das habe ich verstanden lieber verdiene ich ein Prozent von dem was 100 Menschen leisten als 100 Prozent von meiner eigenen Leistung und ich meine der Satz kommt von einem ganz berühmten Menschen Paul Getty ich weiß ob Sie ihn kennen das war der erste Milliardär in Amerika ich meine er weiß glaube ich wovon er spricht und genau das ist Network Marketing wirklich Sie ein Prozent 99 Ihr Team und deshalb wirklich ab jetzt so viele Menschen wie Sie nur können versuchen Sie als Partner zu gewinnen wenn er da nicht will dann kann er gerne bei Ihnen einkaufen und deshalb bei uns ist diese wichtigste Stufe diese Schlüsselposition ist wirklich der Gold der Goldambassador sprich bis zu 22 Prozent geht das Ganze und das muss jeder schauen wirklich jetzt ab heute Start innerhalb der nächsten sechs bis acht Wochen machbar diese 6.000 zu erreichen wie Sie sie erreichen liegt ja jetzt völlig an Ihnen natürlich durch Verkaufen keine Frage Sie können jetzt wirklich verkaufen loslegen und werden Ihre 6.000 erreichen aber wie gesagt dann ist Monat vorbei oder Sie sind krank sind weg können nicht können Sie halt auch nicht arbeiten ist der Umsatz weg wenn Sie aber jetzt hergehen und sagen nein ich teile den Umsatz lieber auf Partner auf so wenn Sie zehn Menschen finden die 600 Karrierepunkte gemacht haben was bleibt was 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 haben Sie 6.000 so wenn Sie die zehn nicht haben dann suchen Sie weiter bis Sie halt dann 20 finden die vielleicht halt nur 300 machen haben Sie wieder 6.000 so wenn Sie die nicht finden machen Sie weiter irgendwann haben Sie 40 Menschen gefunden die machen vielleicht nur Eigenbedarf von 150 Karrierepunkte weil Sie Aloe Vera ihr Olinwan und ein paar Produkte dazu bestellen irgendwann mal können Sie sich nicht dagegen wehren Sie werden die Stufe erreichen und 6.000 Karrierepunkte das ist so circa ein Einkommen von zwischen 1.000 bis 1.500 Euro pro Monat und das ist genial und ja da möchte ich gerne ein paar Menschen erwähnen weil die sind jetzt wirklich schon auf dem Heimweg die haben schon die Halbzeit geschafft und deswegen wirklich alle Daumen und Finger der Welt das ist natürlich jetzt wirklich auch noch den Rest packen und das sind wirklich die Bronze Ambassadoren 15% Stufen und das sind jetzt in den letzten Wochen diese Personen die es geschafft haben das ist das Team Manfred Schreiter das ist die Sendima Sinjak ich hoffe ich habe es richtig ausgesprochen das ist die Christa Krammel das ist der Ronan Babin und das ist die Rose Fechter herzlichen Glückwunsch an euch alle ich bin wirklich stolz auf euch also ich bin wirklich wirklich glücklich euch zu haben und ich bin sicher es dauert nicht mal lange und ihr habt auch diese Gold Ambassadoren Stufe erreicht und ich hoffe die anderen hier im Zoom sagen sich auch hey was die können kann ich schon lange und machen natürlich nach ja und wie geht das Ganze nur mal grob erklärt nur dass sie es verstehen das ist das Konzept sie sind hier und sie gehen her und geben die Chance einfach weiter 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 und jeder von diesen Menschen macht den Umsatz und jeder Umsatzpunkt was daraus resultiert kommt wieder ihnen zugute und hier habe ich ein Beispiel nur mal dass sie sehen 1000 Punkte sie so 1500 das Team das sind schon also wir zählen zusammen 1500 und 5 sind 2000 3000 4000 5000 6000 6000 also in diesem Beispiel hätten wir jetzt 7000 Umsatz wie teilt das ich auf fangen wir mal zurück das heißt sie sehen ja hier sie haben zwar selber nur 1000 Karrierepunkte erreicht normalerweise hätten sie nur 9% weil ab 1000 gibt es 9% ab 6000 gibt es erst 22% richtig jetzt fragen sich doch wirklich viele ja wieso kriege ich jetzt 22% ich habe doch nur für 1000 was getan warum bekommen sie weil ihr ganzes Team mit ihnen gemeinsam 7000 Punkte gemacht hat und ab 7000 Punkte oder ab 6000 haben sie 22% und dann ist alles vom Verdienen natürlich wesentlich mehr das heißt sie haben viel also 30% Rabatt oder Gewinn bleibt natürlich was sich aber ändert der Cashback-Bonus sie haben plötzlich 220 Euro dann kommt noch ein Spaßbonus dazu von 100 Euro das ist auch nach Umsatz gestaffelt und dann kommt noch dazu der Performance-Bonus das heißt von diesen Menschen die sie weiterempfohlen haben die auch selber Partner geworden sind mit denen sie keine Arbeit mehr haben die natürlich auch von Fairway nach Leistung bezahlt werden nennen wir diese Person A die Person hätte selber 1500 gemacht also Stufe 12% erreicht und sie haben ja die 22% und jetzt geht her Fairway her und sagt okay weil wenn du nicht wärst wäre wahrscheinlich die Person A auch nicht bei uns und dadurch weil die Person jetzt den Umsatz gemacht hat wirst du dafür mitbelohnt und was bekommen sie die sogenannte Differenz und das ist der Performance-Bonus sie haben 22% die Person A hat 12% richtig Differenz 10% Person B hat halt nur 500% ist auch okay die Person hat die 8% erhalten sie erhalten die Differenz von 14% das heißt sie haben einmal 10% von der Person und von den restlichen 9 Personen haben sie dann den 14% sprich sie haben alleine 780 Euro jetzt verdient null weil sie Menschen eine Chance gegeben haben wie cool ist das und wenn sie jetzt krank sind und nicht verkaufen können dann wird zwar die aktive Seite wegfallen aber passives Einkommen wenn sie den Aktivstatus haben von den 150 Karrierepunkten haben sie trotzdem und das ist was ich mit diesem Beispiel sagen möchte 1530 Euro hey was oder ich anders gefragt was würde sich in ihrem Leben ändern wenn sie 1000 Euro pro Monat mehr hätten ich glaube für viele wird sich wahnsinnig viel ändern und deshalb das ist die Chance und alles andere ist einfach nur mehr wenn sie dann weiter spinnen sozusagen sagen okay und ich will natürlich nicht nur 1000 ich will 2, 3, 4 was müssen sie tun weitere Menschen ansprechen weitere Menschen ins Team holen und den Menschen helfen sich zu entwickeln und wenn sie da mal jemanden ins Team holen der dann genauso wie sie die gleiche Stufe erreicht dann haben sie keine Konkurrenz aufgebaut im Gegenteil dann ist zwar die Differenz weg aber es geht weiter im Marketingplan da gibt es dann einen super Managerbonus so mindestens von 7% auf diese Linie ich weiß das sind jetzt alles Fachbegriffe wo sie nur Bahnhof verstehen ist nicht schlimm wichtig sie verstehen die Message das ist das Wichtigste je mehr sie Menschen anschließen je mehr sie Menschen glücklich machen und erfolgreicher machen desto mehr verdienen sie schauen sie mal sie helfen nur einer Linie in dieselbe Stufe zu kommen wo sie schon sind haben sie plötzlich sag statt 1-5 2-7 helfen sie weiter Personen haben sie 2 Menschen die auch die 22 erreicht haben haben sie plötzlich statt 2-7 3-4 und das ist das was mich so begeistert je mehr Menschen Geld mehr verdienen desto mehr verdienen sie ist das nicht ein Win-Win es ist doch Wahnsinn es ist wirklich man sagt ja nicht umsonst MLM also Multi-Level-Marketing heißt Menschen lieben Menschen und das müssen sie verstehen die Zahlen das wird alles für uns fair rechnen sie müssen die Message kapieren und dann geht es wie gesagt weiter es gibt einen Lifestyle-Bonus es gibt einen Car-Bonus heißt aber lange nur nicht dass sie ein Auto dafür brauchen um Gottes Willen das ist einfach ihr Geld dass sie ab Manager überlegen sie mal ab 6.000 sind sie Gold ab 12.500 sind sie Manager das heißt ein Einkommen zwischen 2.000 bis 3.000 Euro monatlich dann haben sie noch on top 500 Euro einfach mal so nicht an ein Auto gewonnen Hammer und so weiter und so fort das schauen sie mal hier der Satz erfolgreich ist wer andere erfolgreich macht und deswegen beschäftigen sich mit dem besten Produkt von Fairway den Marketingplan so hier nur ein paar Beispiele werden sie wie gesagt zwei Menschen helfen machen wir die unterste Stufe haben sie circa 3.000 vielleicht sogar auch mehr vergingen im Monat werden sie finden sie vier Menschen die genauso ticken wie sie werden sie im Jahr was sind das 80, 89 Euro verdienen finden sie fünf Menschen werden sie über 120.000 verdienen 150.000 verdienen finden sie zehn Menschen sind sie Millionär es ist wirklich zwar salopp gesagt aber es ist die Wahrheit wenn das beständig wirklich bleibt und sie einfach mal wirklich dabei weitermachen und diesen Menschen helfen und die sie finden dann haben sie 500.000 und mehr im Monat im Jahr verdient und das ist natürlich wow und teilweise verdienen das Menschen die vorher irgendwie Kfz-Mechaniker waren die vorher ein Zeugnis hatten wo wahrscheinlich keine Chance im Leben hätten woanders und sind bei uns mega erfolgreich und das ist Network Marketing das ist das was ich sage das ist so faszinierend und das müssen sie wirklich wirklich nutzen ne ab einem bestimmten also der Bronze-Präsident gibt es noch ein Auto geschenkt und das ist es das ist unser bestes Produkt wirklich sie entscheiden wohin wollen sie setzen sich Ziele jeder kann selber entscheiden wo mache ich sozusagen den Deckel zu will ich Manager will ich Präsident will ich vielleicht nur 500 Euro sie entscheiden und das ist unabhängig wie gesagt von Zeugnis von jeglichen Voraussetzungen dieser Welt wirklich und das finde ich fair und fair und nochmal fair und dass es funktioniert und dass es geht schauen sie mal hin ich kann ihnen eine Seite empfehlen die nennt sich Business for Home weil da können sie mal wirklich schauen was die besten Networker der Welt verdienen da schauen sie mal was der Nummer 1 verdient knapp 2 Millionen monatlich 2 Millionen Dollar monatlich Wahnsinn so wahrscheinlich für nicht mehr viel tun mittlerweile und ja damals auf 758 Platz habe ich zu finden auch ja mein höchster Monatseinkommen war wirklich 51.000 das ist Wahnsinn und auch wo ich drauf stolz bin auf meine Frau Lipinski Mama von 3 kleinen Kindern wo hätte sie überhaupt einen Job haben können die musste ja gucken dass sie da überhaupt zurecht kommen mit denen hat in einer kurzen Zeit wirklich in einer kurzen Zeit ich glaube innerhalb von keine Ahnung 3-4 Monaten Frankreich aufgebaut und hat ein monatliches Einkommen von 20.000 Dollar Wahnsinn und deshalb sie haben jetzt hier den Beweis dass es geht die Chance dass es wirklich gibt und deshalb keiner kann jetzt nach dem jetzigen wie wir nach dem heutigen sagen ich habe keine wahre Chance in meinem Leben bekommen doch wir haben sie hiermit und ob sie es natürlich nutzen das liegt wirklich an weil Vorteile gibt es ohne Maß es geht natürlich weiter nicht dass sie nur Geld verdienen sondern sie können das Ganze vererben verkaufen haben wir gesagt das passive Einkommen sowieso ja und deshalb was ist jetzt zu tun am Schluss ganz klar wenn sie noch nicht dabei sind natürlich steigen sie ein springen sie auf den Zug drauf wirklich lieber probieren als nachher es zu bereuen dann natürlich Produkte bestellen probieren natürlich Interessenten alle am besten alle sie haben ihr iPhone nehmen sie doch mal ihr iPhone oder ihr Handy und schauen sie mal wie viele Kontakte sie haben und dann fragen sie mal selber sich selber wie viel haben sie davon überhaupt schon angesprochen so wirklich am besten jeden und da kommt wieder das nicht denken nicht urteilen machen sie es doch einfach mal weil irgendeine Antwort wird schon kommen so und wenn er will ist gut wenn nicht ist auch okay dann halt der Nächste dann besuchen sie bitte die Online Akademie ich habe wirklich so viel Input da gegeben über 20 Jahre Erfahrung die sie jetzt nutzen können und viele viele Fehler vermeiden können wir wirklich nutzen sie unsere Webinare unsere Seminare sobald oder hoffentlich bald wieder möglich sein werden bitte bitte nutzen sie das Ganze was wir ihnen geben weil es ist alles für sie kostenlos dann wichtig Ziele ganz wichtig wenn sie jetzt heute jetzt wieder danach jetzt hier ausschalten und wieder kein richtiges klares Ziel setzen werden sie rumschwirren und werden zu nichts kommen das ist wie das Beispiel was ich schon immer genannt habe ja machen sie mal eine Landkarte auf so wenn sie jetzt doch nicht mit dem Finger irgendwo drauf zeigen wo sie hin wollen wo werden sie ankommen in nirgendwo und genauso ist es mit ihrem Job oder ihrem Business hier wenn sie doch nicht wissen wofür oder was sie wollen ja das kann das liebe in Universum ja dann nicht wissen was sie wollen und somit werden sie wieder rumschwirren und werden zu nichts kommen deshalb wichtig mein Tipp kurz mittel und langfristig ganz ganz wichtig und dann bitte 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 wie ein Flugzeug nicht langsam kann man das Business aufbauen es ist nun mal so alle die ernst meinen sie müssen Gas geben weil sie müssen a Dynamik schaffen b sollten sie Vorbild sein wir müssen ja Leuten zeigen dass es funktioniert und das wird natürlich schwierig wenn sie eine Linie pro Monat setzen das wird schwieriger als wenn sie sagen Vollgas 10, 10, 10 das heißt jeden Monat Minimum 10 Menschen gewinnen und danach wenn ich dann die 22 habe und dann kann ich sagen okay ich muss sie ein bisschen betreuen dann mache ich vielleicht nur 5 pro Monat aber auch gerne weiter 10 ich meine wir haben ja die Frau Tschernow als bestes Beispiel wird wahrscheinlich wieder als Nummer 1 rauslaufen wir haben ja Oktober und jetzt November zusammenfassen dann und ich bin gespannt wer dann die Number One wieder macht weil ich glaube sie hat jetzt schon wieder 10 oder 11 Linien allein in diesem Monat schon gesponsert obwohl es erst heute der 15. ist also es funktioniert und das ist genau das es gibt Menschen die es vorleben dass es funktioniert und wichtig durchhalten 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 bitte 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 nicht so schnell aufhören weil es kann nicht von jetzt auf nachher super funktionieren und wenn sie starten dann wie gesagt bitte bitte richtig erst mal Produkte selber mal nutzen Schulungen Schulungen besuchen Präsentationen besuchen Kontakte knüpfen und viele 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 Erstlinge setzen dann ist das Ziel erreicht und geben sich ein bisschen Zeit wirklich viele hören nach fünfmal Ja nach fünfmal Nein auf wir sagten dass der Sechse vielleicht ein Ja sein wird oder Nein sein wird das weiß doch kein Mensch und das hat sich keine Stadt der Welt hat sich in der kurzen Zeit erbaut das heißt es braucht immer Zeit und deshalb mein Appell an sie wenn sie die Entscheidung treffen ja ich möchte es gerne probieren dann machen sie es doch richtig entweder ganz oder gar nicht ich meine ist man schwanger oder man ist nicht schwanger aber Halbschwangerschaften habe ich noch nicht erlebt und das ist genauso hier machen sie es doch einfach mal richtig und ich habe jetzt die Zeit ist doch jetzt da genau jetzt umzudenken weil die Pandemie die hat es doch jetzt gezeigt wieder wie schnell alles weg sein kann und wenn wir das nicht nutzen gibt es nicht viele Chancen meiner Meinung nach da draußen wo sie wirklich in der Zukunft nutzen können deshalb vernetzen sie sich erweitern sie sich bauen sie Strukturen auf damit sie ihre Ziele auch erreichen können und wir oder ich sowieso stehe wirklich voll hinter euch ich kann wirklich nicht mehr es tun und sie motivieren sie informieren mit den Akademien mit Teamcalls natürlich mit Telefonaten ne Worldclass Team und Facebook haben wir sogar für uns alle also falls jemand da noch nicht dabei ist bitte bitte immer bitte die Leute da einladen damit sie auch immer Fuß fassen damit sie angestoßen sind wir haben Broadcast Gruppen und wir werden nächsten Mittwoch das haben sie vielleicht schon mitbekommen im Worldclass Team werden wir gerade die Frau Libinski jetzt haben wir ihren Namen gehört sie ist sehr 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 erfolgreich in diesen Social Media sie hat zu 70% alles online aufgebaut ist ja auch vom Beruf her auch Online Marketer und die wird am Mittwoch wo ist das jetzt am Mittwoch um 18. November um 20 Uhr ein Zoom machen für sie speziell wie kann ich in Social Media erfolgreich werden ist doch genial oder ja und am Schluss vielleicht nochmal ganz kurz für sie als Tipp jeder Mensch hat im Leben nur zwei Möglichkeiten weiß ob sie bewusst ist nur zwei nicht mehr und nicht weniger die erste Möglichkeit ist ja entweder er lebt seinen eigenen Traum zweite er hilft anderen dabei sich ihren Traum zu erfüllen wenn sie mich fragen dann wähle ich natürlich das erste weil es ist zwar schön und recht dass mein Chef ein tolles Auto fährt ein tolles Haus hat ein tolles Leben hat ganz ehrlich was habe ich davon und deshalb wirklich bitte immer daran denken lieber leben sie ihren eigenen Traum als irgendwie immer für jemand anders immer da zu sein und das ist auch so eine Tabelle bitte bitte das ist doch verrückt das ist doch so verrückt so hat man uns gepolt und das ist die wahre Frage ist das dein Leben ich meine ganz ehrlich wenn sie das nicht tun was ich jetzt ihnen hier fast zwei Stunden erzählt habe dann dann brauchen sie sich nicht zu ärgern dass das halt so ist wie es ist weil das ist doch das wohin man uns haben möchte man will ja am besten dass jeder dann nach der Grundschule ins Gymnasium geht obwohl er vielleicht gar nicht taugt aber egal wichtig Gymnasium weil mein Kind soll ja studieren gehen ja von mir aus dann hat er die Schule fertig dann geht er studieren verdient immer noch kein Geld dann studiert er ein paar Jahre ja keiner gibt eine Garantie dass er danach noch einen Job findet mal angenommen man findet den Job so dann geht es dann ist man vielleicht so keine Ahnung schon 25, 30 weiß ich nicht was heutzutage so das Alter ist hat man immer noch kein Geld verdient so und dann hat man einen Job und ich sage mal so die ersten 10 Jahre sind entscheidend in den ersten 10 Jahren machen sie Karriere fertig danach das heißt da sind sie vielleicht 35 heißt nur eins durchhalten und wofür durchhalten bis zur Rente damit sie nachher mit 67 womöglich bald 70 das selber verdienen was sie schon vor 40 Jahren verdient haben wow da hat sich ja alles gelohnt verstehen sie was ich damit sagen möchte das ist doch nicht fair das ist nicht okay und das ist das was aber viele hinnehmen wollen und teilweise müssen weil sie keine Chance im Leben bekommen haben aber sie gehören heute zu den Menschen die den Vorteil ja haben diese Chance kennengelernt zu haben um aus diesem Karussell rauszukommen weil das ist das Problem natürlich was noch dazukommt das Paradoxe dass die meisten Menschen nicht die Geduld haben 2-3 Jahre lang nebenberuflich ihr eigenes Business aufzubauen um finanziell unabhängig zu sein aber die Geduld haben 40 Stunden die Woche 40 Jahre lang dasselbe zu tun um nachher 40% ihres Einkommensatzen zu halten ist das nicht verrückt Wahnsinn und deshalb ja das ist auch nochmal so ein Satz was ich euch wirklich auf den Weg gehen möchte das ist das Problem der Mensch will immer dass sich was ändert natürlich aber gleichzeitig will er auch dass alles beim Alten bleibt sorry wie soll das funktionieren und das ist der Knackpunkt das ist das was sie ändern müssen diese Gewohnheit ändern müssen und wenn sie was ändern wollen dann müssen sie sich ändern und dann müssen sie auch was tun dafür und das Geniale wie gesagt war schon immer einfach und dazu gehört unser Business weil sie müssen nicht viel studieren sie müssen im Prinzip gar nicht viel außer begeistern und zwar von ihrer Geschäfts-CD von den Produkten und da werden sie sehen die Energie sie ziehen Menschen ran wenn sie positiv sind wenn sie begeistert sind dann funktioniert das Ganze auch und ob die Sache gelingt oder nicht ich meine es erfahren sie nicht indem sie darüber nachdenken sondern indem sie es ausprobieren und deshalb Handeln ist angesagt Tun ist angesagt und alles andere wird sich zeigen und deshalb hoffe ich sehr dass die jetzt heute dabei sind und vielleicht noch nicht zu uns gehören ich sie jetzt schon willkommen heißen kann ich hoffe sie sind noch alle da zwei Stunden aber ja ich sehe alle noch hier wow super durchgehalten ich würde mir sehr wünschen natürlich sie eben begrüßen zu dürfen mit dem Weg in ihre Zukunft mit unserer gemeinsamen Zukunft und natürlich ihnen dabei helfen auch ihr Leben so zu leben wie sie es möchten und nicht wie es die anderen möchten in diesem Sinne bin ich eigentlich fertig ja wenn jetzt noch Fragen da sind und sie noch Zeit haben sehr gerne die nehme ich mir sehr gerne zu sie ich mache einfach mal stoppe jetzt mal die Präsentation bedanke mich aber nochmal ganz ganz herzlich an alle hier drin für eben zuhören und wie gesagt ich hoffe ich konnte meine Energie rüberbringen ich hoffe ich konnte motivieren informieren und ja bin schon gespannt auf euer Feedback so jetzt sehe ich euch etwas besser ach wie schön viele mit Video viele ohne okay ja wie gesagt danke 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 ich schaue mal ganz kurz in den Chat und schaue einfach mal ob da noch irgendetwas Anfragen da sind ah da sind welche nicht reingekommen aber ich hoffe jetzt doch in dem Code wisst ihr schon wann wisst ihr wann es kommt ich weiß es nicht die Stempelzwerge wisst ihr schon wann es dann wiederkommt meinen sie das die TX wahrscheinlich schon ja wie gesagt wissen wir nicht das kommt drauf an wie die Herrschaften da was wollen also ich kann es aus Erfahrung sagen letztes Jahr hat es drei Monate gedauert aber wir haben es wieder und wir haben es wiederbekommen also so viel zuvor bieten sich ein ich kann es ihnen wirklich nicht sagen wie lange es dauert ah ja da kommt glaube ich schon die Antwort bis Mittwoch ist das Aktuelle genau dann kann es schon wieder ja leider ja leider wie gesagt wir können nichts für das zeigt wieder mal wie stark die Lobbyisten da draußen sind und aber auch wieder der Bestätigung wie toll unser Produkt ist ich meine das ist einfach so aber wir kriegen das hin wir kriegen das hin so was war noch warum es denn neu gemacht werden ja das Produkt ist toll es ist toll aber es kann noch verbessert werden vielleicht meint man damit auch die Deklaration oder 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 ich will mir jetzt nicht aus dem Fenster lehnen lassen wir uns einfach mal überraschen ich meine das Produkt ist mega und das bleibt mega und alles andere ist doch wirklich nicht unsere Baustelle wichtig ist doch eins dass wir es wieder bekommen oder nicht das ist wichtig und das werden wir auch garantiert okay ah ja vielen Dank ich habe das gar nicht mitbekommen dass da so diskutiert worden ist ja gut ich hatte eigentlich die Bitte am Anfang bitte erst am Schluss aber da sehen Sie mal wieder zuhören zuhören heißt die Devise das ist unser großes Problem viele Menschen können nicht zuhören nein das ist überhaupt nicht böse gemeint um Gottes Willen aber ja das ist wirklich ein Part was viele viele nicht erfolgreich macht was die Leute einfach nicht genau zuhören deshalb ja haben wir auch diese Online Akademie man kann nicht alles auf einmal merken das ist doch ganz klar man muss es mehrmals hören ich weiß nicht ob Sie es wissen wissen Sie wie oft man ein Buch lesen muss um es komplett zu verstehen weiß das jemand von Ihnen können gerade ruhig mal schreien mal gucken ob es jemand weiß also nicht die die vielleicht schon beim Seminar dabei waren Frauen können viele Dinge gleichzeitig das stimmt Monika allerdings aber mindestens 30 Mal 30 Mal so und jetzt gibt es die Schlaumeiers die Ihnen erzählen werden ich habe doch schon mal die Online Akademie angeschaut ich war doch schon einmal auf dem Seminar warum soll ich da nochmal hingehen verstehen Sie man behält auch Sie heute haben jetzt oder werden behalten vielleicht 20% das ist einfach so weil das ist unser Gehirn das Netz und das Netz ist ganz groß diese Löcher sozusagen und je mehr Input immer wieder das wird immer enger enger und immer mal zack und dann kennen Sie diesen Ausdruck jetzt habe ich es verstanden kennen Sie das das ist der Knackpunkt und dann haben Sie es geschafft und bis dorthin wirklich mir geht es noch nicht anders ich kann es nur aus Erfahrung reden wie viele Seminare habe ich denn besucht in meinem Leben ich habe glaube ich bis auf zwei oder drei keine ausgelassen was für einen Vorteil haben wir heute wir sitzen hier zu Hause wir haben keinen Kilometer verbraucht an Sprit keine Ausdauerbahnstau kein Risiko nichts ich bin Kilometer gefahren ich habe im Jahr über 40.000 Kilometer drauf gehabt das ist mal zum Thema wie Hardcore wir Network aufgebaut haben heute schauen Sie mal können Sie wirklich hier sitzen zu Hause und einfach zuhören lernen Sie können viele Leute online anschreiben ich finde das ist so genial geworden und das sollen die Leute natürlich wirklich schätzen und einfach umsetzen ich denke mal das wird die Zukunft sein ist halt so natürlich hoffe ich sehr dass wir auch uns live immer wieder noch treffen dürfen Gott bewahre natürlich live ist live ich meine ich freue mich sehr dass es hoffentlich bald wieder in Reutlingen geht dann bin ich die Erste die sofort schreit und es mir nah macht aber bis dorthin müssen wir uns halt leider Gottes jetzt mit diesem Zoom vergnügen aber ich hoffe wie gesagt wie gesagt meine Energie ist angekommen ich bin wirklich so stolz auf mein Team auf euch alle das glaubt ihr mir gar nicht und mehr als ein Input kann ich nicht geben aber ganz ehrlich es muss auch was zurückkommen es ist ein Geben und Nehmen und einfach nur immer warten, erwarten und erwarten und nichts geben funktioniert nicht es ist einfach Teamwork und deshalb würde ich mich super freuen wenn die Erfolge auch sichtbar gemacht werden wenn ihr wirklich mir zeigt jawohl ich schätze das Ganze ich mache ich möchte gerne und ja dann werden wir alle gewinnen bitte bitte denkt daran eure Erfahrungen weiterzugeben immer wieder die Gruppen zu schreiben die Videos zu nutzen und vielleicht die heute dabei sind und noch nicht dabei sind bei Fairway bitte bitte gehen Sie an die Person die Sie wirklich hier eingeladen hat weil die Person meint es echt gut mit Ihnen und nutzen Sie die Chance registrieren Sie sich und Sie werden wirklich ehrlich nichts verlieren also ich glaube die Produkte die haben es in sich die werden Sie sowieso brauchen stimmt die werden Sie sowieso irgendwo kaufen müssen deshalb warum denn woanders wenn Sie es hier so toll günstig haben können und da noch so eine Qualität ich meine ich weiß nicht aber gut man hat ja den Satz gelernt man muss verstehen dass Menschen uns nicht verstehen auch die wird das geben deshalb in diesem Sinne ich glaube es sind keine Fragen mehr da vielleicht noch ein Foto das wäre schön mit unserem Fairway Logo für unsere Social Media also wenn als sich noch jemand outen möchte mit der Kamera sehr sehr gerne das wäre schön dann würde ich versuchen ein tolles Bild zu schießen ich warte noch ein bisschen ja das meint ihr die wollen noch Kamera einschalten natürlich sehr sehr gerne so ah ja ja hallo Elli sehr gut sehr gut super ja sehen Sie auch wenn nicht live trotzdem hat es jetzt auch mega gut funktioniert ja ich glaube ich habe es noch mal zurück ein paar mehr ich tue es dann in die Gruppe rein und dann dürft ihr auch selber posten auf meiner Seite und dann oder auch in die Gruppen da könnt ihr gerne die Bilder benutzen so ich hoffe ich habe es niemals vergessen ja in diesem Sinne danke ich schon mal wie gesagt für eure Aufmerksamkeit für eure Loyalität für euer Geduld und wünsche euch noch einen schönen restlichen Sonntag viel viel Erfolg viele 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 tolle Geschichten genau da klatscht schon jemand ich klatsche einfach zurück danke schön für alles und wie gesagt bis zum nächsten Mal ja alles Liebe viel Erfolg bleibt gesund ciao ciao